long long time ago das ist es so schön die erinnerung hoch was gehört danke dir fürs volle und mein duden bei der war das spiel schon immer auf englisch ich war der meinung es hatte eine deutsche version ist leider die us-version ja mensch das muss schwer gewesen sein eine europäische version einzufügen sind leider alle englisch ja gut ich meine so sachen wie demons crest war glaube ich immer englisch ich glaube das haben wir deutschen sowieso nie bekommen man hat man niemals verstanden warum kam ich das überhaupt macht amin what the fuck gut super gut sind groß hat einen sowieso nie interessiert auf welcher sprache es ist das spiel hat so schon genug probleme kann man das da unten mal weg machen das nervt mich ja schönen dank auch ich habe es begriffen wie man das macht können können wir das weg machen das ist mir auch nervt dass alles auf englisch ist aber naja kann man ja alles haben ja ich weiß auch nicht also sollte es irgendwann mal eine n64 version davon geben ich werde erst denn der schlange so fürs mann sicher hauptmenü und dann aufschalten ach du scheiße oh mein gott das ist crunchy oh das ist crunch oh mein gott das ist ja mal crispy holy shit oh baby that's crispy was ist der andere filter original auflösung kommt retro feeling aber ist mega crunchy okay das fühlt sich irgendwie so kaum unterschiedlich an das war immer komplett zurück muss ein bisschen doof ach so die original auflösung okay kleineres bild wir bleiben aber im standard ist aber süß dass sie die option haben dass du fucking crt haben kannst es sieht zwar crunchy as fuck aber meine güte für für die leute die das abkönnen oh ja das ist das ist so viel besser ich habe ja mittlerweile für die leute auf youtube ich habe eure kommentare gelesen ihr könnt kein englisch äh this is why i'm talking english more than offen hm you catch my cold ich meine es ist es sind joshis brengt paar in einem welt wo in einer welt wo gefühlt alles gesichter hat okay das fühlt sich schon wesentlich natürlicher an man werden das ja gestern bei mario 3 wo ich so das gefühl hatte das spiel will mich immer mehr umbringen oh yes oh this is a nice feeling oh yes ich glaube es kann ein bisschen lauter da fühlt man sich direkt wieder wie ein kind nice der soundtrack vor allem ich liebe den soundtrack von diesem spiel es ist so nice von die version sieht echt gut aus muss man sagen aber wenn ich immer noch keine ahnung habe warum ich manchmal so crunchy probleme habe hier diese tollen fünf tracks ja ist ne das spiel ist nicht für seine vielfalt von soundtrack bekannt aber das ist dann eher qualität über quantität ne und bin ich ganz ehrlich nehme ich eher als ein haufen soundtracks wo absolut scheiße klingt ne verstehen uns weil jeder track in diesem spiel den kennt man der hat wiedererkennungswert you know vor allem der aktuelle ich habe mir mal den soundtrack von den letzten joshis von den letzten joshis games angehört oh boy this is some terrible noise und das meine ich jetzt ernst also ich habe die spiele nicht mal gespielt so hier wo lee world und was weiß ich con craft adventure oder wie auch immer das ganze hieß und gott der soundtrack ist einfach nur als ob sie sich gefragt hätten so wie kann man wohl die schlimmsten geräusche erzeugen die ein menschliches ohr irgendwie wahrnehmen kann weißt du und dann haben sie dann hat diesen soundtrack gemacht this is a story all about how joshis soundtrack got even worse every day was schade ist weil irgendwie soundtrack war bei mir bei joshis island und generell bei den joshi titeln immer so mit am wichtigsten beziehungsweise immer am besten irgendwo wo habe ich so viele von den dingern aufgesammelt wo die welt war noch okay das mochte ich ja ich sag mal sowohl die welt ist wirklich noch okay so der letzte teil ist es wo es denn wirklich schrecklich wurde wo es denn richtig schrecklich wo rubbeln oh shit rubbeln stimmt wir haben vor etlicher zeit haben wir joshis island schon mal gestreamt nicht ganz jedoch und wolle hat denn dann bild zugemacht von wegen rubbeln weil rubbeln ist in dem stream einfach nie geworden sehr hoher wiedererkennungswert eben hier in dem spiel erkennst du wirklich jeden track wieder und man kennt ihn irgendwo genau wie dosen schütteln das ist kein meme erinnert sich keiner mehr dran außer keks aber keks ist auch weird ich dachte er kommt dann links äh rechts von mir dachte da kommt er runter oh man sehr erfolgreich geschüttelt vor mich weil ich erinnere mich noch als ich hier damals versucht habe joshis island auf meinem an sich ersten pc zu spielen also halt auf emulator ne da ich hatte da noch so einen richtig schlechten bootleg controller so ein richtiges billig teil keine ahnung von was das war fragt mich nicht auf jeden fall ich konnte keine hier keine stampfattacke machen weil wenn man springt und nach unten drückt gemacht man eine stampfattacke und mein controller war damals so abgrundtief schlecht der hat keine down motion erkannt ergo egal was ich gemacht habe ich bin immer gestorben ne ich konnte nicht kein keine stampfattacke machen um mein verdammtes leben zu retten es ist nie funktioniert ich meine ich glaube das war auch hier denn wirklich so die schlimmste situation wo man das haben kann weil gerade der ground pound ist halt in einige situationen hier super wichtig das und die tatsache dass man sich in fucking helikopter verwandeln kann und wie gesagt ich mache keinen 100 prozent hier weil jesus christ das game 100 prozent ist schon ziemlicher schmerz im arsch leute die das ganze mal 100 prozent gespielt haben wissen was ich meine fakt die 100 prozent ist es lohnt es bringt vor allem nicht zur kriegst ja nichts dafür wenn du jedes level quasi 100 prozent machst also halt ich spoil euch mal kurz so das was was er kriegt wenn ihr das ganze hier 100 prozent macht ihr kriegt ein arsch treten das kriegt ihr also ne jedes level 100 prozent machen ist allein schon nicht so easy sagen wir es mal so ne gerade denn halt mit den stern und darfst nicht getroffen werden und dennoch alles finden ist nicht unbedingt der größte spaß auf einer party und dann was was kriegt ihr dann wenn ihr in jedem level in einer welt einfach 100 prozent habt richtig ihr kriegt noch ein arsch tritt dafür nach dem motto ja ist ich hoffe du willst noch schwereres level go fuck yourself ich meine ich erinnere mich dass ich als kind nie special 1 geschafft habe also das erste bonus level ach so ja meine als kind wollte ich sowieso immer nur quasi durchspielen mein vater war dann eher so da tatsächlich in der zeit der completion ist der hat dann auch versucht legend of zelda halt hier link to the past 100 prozent zu machen hat versucht hier immer 100 prozent zu holen und ist kläglich gescheitert wenn ich jetzt mal so zurückdenke kann ich verstehen warum vor allem man darf immer nicht vergessen wir hatten das damals auf einer original super nintendo und der super nintendo hat halt der controller wenn man super nintendo controller in der hand hatte der der controller hat so einen gewissen crunch also ne ich will nicht sagen ist schlecht gealtert oder so aber halt so ein sns controller ist halt crunchy as fuck sofern du dennoch nur hält und versuchst knöpfe zu drücken du hast immer das gefühl das ding bricht dir in zwei für diejenigen die das die so ein ding meine hand hatten ich glaube die können mich dann verstehen sonst warte mal ich glaube ich habe hier sogar habe ich gerade einen oh ja ich habe sogar ein paar rad hier ganz vergessen ich habe ja noch ich habe ja noch eine ich habe mir mal vor etlicher zeit eine sns noch mal geholt einfach weil ich die wieder haben wollte auch wenn die spiele mittlerweile zu einem radikalen preis gehen aber ja das ist halt so ein typischer super nintendo controller also klein ne die dinger sind klein und wenn ihr die wirklich mal hört ne ich gucke ich versuche mal ich mache mal ein bisschen nintendo super nintendo controller controller asmr ne checkt es aus es gibt immer so dieses gefühl als ob das ding gleich durchbricht die war nicht so schlecht die dinger waren robust also die haben einiges ausgehalten mehr als die n64 controller auf jeden fall also da müssen wir nicht darüber diskutieren das ist eine klare aussage die halten viel aus ja und die haben auf jeden fall auch länger gehalten als unsere als unsere n64 controller und auch einige von den gamecube bootleg controller die wir hatten also wir sind sturdy halten ordentlich was aus aber geben halt immer so dieses gefühl ab nach dem motto fasst mich noch ein bisschen härter an und ich zerbrechen so das geben gibt gibt der controller immer so rüber finde ich in wirklichkeit sagt der controller immer so gefasst mich härter an der die aber wenn du ihn den härter an fest dann sagt er so kommen wir nach sei senpai das ist so sns controller in a nutshell erst bondage wollen und dann nur kuschel sex ach ja joshi mag keine pollen ist allergisch einfach mal in boden das gefühl kann ich nicht nachvollziehen ja das können wir das können viele nicht der analog stick war immer als erstes control kaputt ja nicht nur der control stick auch die hände von den von den händen die hände von den leuten die waren auch kaputt aber wir sind wir sind was control angeht darf ich mal ich habe immer noch den schlüssel bei mir we just need to talk okay halt mal die fresse ja dass ich will hier mal raus danke wir habt ihr die mal party drehspiele gespielt irgendwann wie denn wir haben gesagt so alter die die machen uns ja voll die controller kaputt wie don't also ne zwei runden taut sie bluten die handflächen ja so brutal gewesen weißt du hier in deutschland gibt es jemanden hier in deutschland der die der diese handschuhe von nintendo bekommen hat weil es hieß ja irgendwie damals dass nintendo dafür aufkommen musste weil immer mehr leute fucking blutende hände hatten von der scheiße weil sie mario kart ein bisschen zu brutal gespielt haben mario party das dark souls der controller vergewaltigungs spiele trickshot die waren immer für mich unmöglich zu killen auf von dafür damals wie gesagt mit meinem controller hier stampfer tag war war nicht drinnen konnte knicken genau wie das das kannst du auch knicken sagen ganz ein bisschen lang ein bisschen schneller sterben der denkt sich jetzt so alter mein freund den habe ich lieb gehabt ich immer so dicker deine hose das ist mir ausgehalten das ist ein freundes tod und er denkt sich so ich gebe mit er kennt live ich kann nicht ohne ihn kleben hardcore gaming more like so nach dem motto wir ersetzen einfach den control steck durch den rostigen nagel wie wärs damit hier ich werde glaube ich werde da war noch was da war noch was sag doch doch ich bin mein beste Freund och ich werde sterben Life has no meaning anymore. Kaputt. Voll auf die Nase. Voll auf seinen Lava-Zinken. Oh! 360, no scoped. This is what we talk about. Ich hab nicht nach oben gedrückt. I can tell you that. Kiryu dies, Majima. My life has no meaning anymore. Was kann ich eigentlich? Oh! Geh auf dein Zimmer, Junge. Das Hausarist. So. Manchmal bin ich nicht in der Lage, Brötchen zu holen. Ich mag diese roten Türen immer. Ich finde, die sehen so cool aus. Okay, so. Okay, so. By the way, voll der gefährliche Boss. Der springt nur rum. Ich meine, ihr wisst, wohin das läuft. Das ist nur eine Kugel, ja. Es kommen mehr Spiele für SNES Collection. Das hoffe ich auch. So ein paar Klassiker fehlen da echt noch. Nice. Da fehlen echt noch ein paar schöne Klassiker eigentlich. So Mega Man X oder hier Donkey Kong Country. Battletoads? Ich glaube nicht, dass wir Battletoads brauchen. Mario All-Stars. Oh ja. Mario All-Stars wäre so geil. Ich meine, wir haben hier schon... Das darf man immer nicht vergessen. Wir haben hier schon die Fähigkeit jetzt mit Online-Multiplayern, ne? Sehe ich das richtig? Dass man hier Sachen so online spielen kann? Ja, ne? Und jetzt stelle ich mal vor, wir könnten hier sowas wie, ähm... Wie, wie Dings hier. Ähm, Groove Troop. Einfach mal Groove Troop spielen online mit anderen Leuten. Das wäre so schön. Entweder Groove Troop oder... Oh, was sind denn noch so ein paar schöne zeitlose Klassiker? Generell so vieles von Capcom, ne? Capcom war während seiner SNES-Zeit echt krass geil. Denn hier, ähm... Magical Mickey? Mickey... Mickey Motherfucker? Der Magical Adventure starring Mickey Mouse Dinge. Das wäre doch zum Beispiel geil. Zombies Aid My Neighbors. Ach, das wäre auch cool. Was fehlt noch? Es gibt noch so ein paar richtige Klassiker, die hier einfach fehlen. Wie gesagt, Donkey Kong Country. Sowohl eins und zwei. Drei ist debatable. Ich weiß nicht, ich konnte mit drei immer nie wirklich was anfangen. Ich fand's nicht schlecht, aber... Oh, Kirby's Fun Pack. Oh, ja. Kirby's Fun Pack war auch nice. Oder hier, ähm... Ja, wie gesagt, Tetris Attack hatten wir ja auch schon. Aber ich würde mich auch genauso gut, äh... Genauso drüber freuen, wenn sie hier ne, ähm... Ne N64 Collection rausbringen. Für Online-Mitglieder. Das wäre auch, äh... Das wäre es mir so wert. Ne? Weil die N64 hat einige meiner absoluten Lieblings-Games. Beziehungsweise auf der N64 ist auch so viel persönliches Soul Food. Gaming-Soul Food. Ich mein, ich hab, äh, über dieses Thema schon mal mit euch geredet und ihr findet mich immer noch merkwürdig deswegen. Äh, ich hab so persönliches, äh, Gaming-Soul Food, nenn ich es mal. So Games, die ich spielen kann und, äh, ein Fine nennen. So was in der Art. Zum Beispiel Wave Race. Wave Race ist für mich absolutes Gaming-Soul Food. Oder... Etliche, äh, Side-Scrolling-Beat'em-Ups. Mario Kart 64 Online. Oh, das wäre so cool, ne? Was, gehen wir in ein fucking Mobile-Game, was irgendwie, wonach niemand gefragt hat. Rubbeln? Äh, Flipkarts. So Frosty Melon. Oh, shit. Hey, Neptune. So. Shy Guys on Stilts. Shy Guys on Parades. Elephants on Parades. Gaggolige Ding. Ne, ja, es ist fehlender echt noch so ein paar Titel Lava. Okay, so war das. Genau. I remember this one. Wird das eigentlich ein 100%-Run? Ich glaube, ich sollte in den Titel schreiben, dass es kein 100%-Run-Word. Ich finde es ironisch, dass auch Leute glauben, dass ich das machen würde. Ich habe dieses Spiel nie 100% gemacht und ich glaube, ich werde es auch nicht. Weil es lohnt sich einfach mal gar nicht. Weißt du, du spielst es 100% durch und es tritt hier in die Eier dafür. Ich versuche, so viel zu holen, wie geht. Aber ich werde jetzt hier nicht Level 10 mal wiederholen, um etwas auf 100% zu machen. Gerade wegen sowas hier. Ich finde es ja dann mal ironisch, dass Leute glauben, dass ich das machen würde. Bam. Ja, ja. Norms. Ich kenne es immer so, dass dann der Einsteiger noch mal wieder neu spawnt, weil er sich denkt so, nope, fuck you. FWGWA, wo man sein... Ach, es gab so einiges. Gab es nicht auch irgendwie mal einen Vario-Titel, wo man die Konsole irgendwie schütteln musste oder so? Flumi, moin moin. Aber es ist nicht so kompliziert. Me got eggs. Wario Shake Dimension, genau dat war das. So, aber überlegen wir mal. Sagen wir mal, Nintendo fährt wirklich die Cool-Schiene und gibt uns wirklich irgendwann in relativ absehbarer Zeit eine SNES-Collection. Quatsch, eine N64-Collection. Was für Games sollten unbedingt drauf sein? Also wirklich unbedingt. Reden wir mal... Ja, das ist auf jeden Fall der Klassiker. Mario 64. Also Mario 64, Mario Kart. Das sind Klassiker. Speaking of Mario Kart, ist hier... Ähm... Ist Super Mario Kart hier eigentlich auf der Super Nintendo Collection drauf? Nee, oder? Die haben, glaube ich, keinen... Super Mario... Ähm... Super Mario... Doch? Gibt Super Mario Kart? Okay, sorry, dann habe ich mich da vertan. Sorry, sorry. Mein Fehler. Ja, Mario Kart halt. Mario Party, glaube ich, nicht. Ich glaube, da fragt man wirklich nicht drauf, den Stick hier drehen zu wollen. Und seinen Controller zu schrotten. Ähm... Oh, geil, Rubbeln. Wie gesagt, für mich ist halt ein, äh... Ein Wunsch ist halt Wave Race. Wie gesagt, ist für mich, äh... Einfach nur Soul Food. Und ich hoffe dann bitte, dass wenn sie das machen, dass sie eine vernünftige Version davon nehmen. Because fucking hell, just... Habt ihr euch mal die Virtual Console Version von Wave Race angeguckt? Da wird einem fucking schlecht. Snowboard Kids. Oh ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Touch Fuzzy, get drunk. Oh yes. Eins, eins meiner Lieblingslevel. Einfach, weil das Spiel sich sagt, so hier, äh... Get hammered. Diddy Kong Racing. Oh ja. Okay, Diddy Kong Racing und, äh... Ich weiß nicht mehr. Man sagt jetzt ja immer so von wegen, wegen Diddy Kong Racing und so. Äh... Gehört ja Rare. Und all sowas. Aber jetzt muss man mal dran denken. Meinen wir haben Banjo-Kazooie in Smash. Also... Ne? Solche Dinge sind mittlerweile gar nicht mehr so... Weit hergeholt, muss man mal sagen. Päh. Päh, 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 päh. Ich mag diese Melone. Das ist fun. Päh. Well, thanks for nothing. Lustiges Sporendrama. LSD. Waaaaaah. Ohne Scheiß jetzt, Gaudi? Das hab ich nie gewusst. Lust... Das... Für den Ding jetzt mal als Untertitel. Der deutsche Titel von diesem Level heißt... Lustiges Sporendrama. LSD. Das ist auch schön, wie sich die Musik verändert. Yoshi is looking at porn. Ich mein, Yoshi is doing drugs. Ich glaube, ich hab mein Thumb. Nö, ist schon. Nö, 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 nö. Wow, alter. Yoshi so, I don't feel so good, man. Schade. Ich wär gern länger stoned gewesen. Das ist das Beste am gesamten Spiel. Oh, warte. Ich glaube, ich erinnere mich hier an ein Secret. Ja. So fies versteckt. So fucking fies versteckt. Na, 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 na. Oh, alter. Quetsch dich, Yoshi. Quetsch. Und das musste man damals ohne Internet rausfinden. Oh ja. Ich kann mir gut vorstellen, wie viele damals da saßen und versucht haben, das irgendwie, dieses Level hier 100% hinzukriegen. Einfach, weil sie nicht, äh, ja, den letzten Fuck da gefunden haben. Kids will be remember. Ja, only 90s kids will remember. 90 kids will remember. Cool, ich bin eins von 90. Fuck. I want everything. Wie viele Welten hatte ich Spiel Nummer 6, ne? Könnten etwas längerer Powerstream werden. Ich hoffe mal, ich habe mich da nicht überschätzt mit. Es gibt einige Levels nachher, wo ein bisschen lang sein können. Aber gut, es gibt auch einige, die einiges, äh, um einiges kürzer sind. Aber die letzten sind schon, ne? Welcher Boss ist dein Favorit? Puh, schwierig. Reden wir jetzt hier, ähm, welcher Boss General? Also, in Videospiel-Talk? Oder reden wir hier Yoshi's Island? Context sensitive. Context sensitive. Sensitive to the context. Du Fickfisch. Ähm, okay, jetzt muss ich mal überlegen, wen gab es da noch mal? Also, ich habe hier den Schleim. Es gab den Hosenbund-Heini. Dann das mit dem Frosch ist ziemlich cool. Ich bin echt nicht gut in Dingen. Die Top-Pflanze ist, glaube ich, echt der schlechteste Boss. Ich glaube, da können wir, brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, eigentlich ja tatsächlich der Final-Boss. Allein schon wegen der Musik. Weil die Musik einfach mal Metal as fuck ist. Ähm. Aber ich glaube, danach auch der Zwischenboss. Also der, ja, der Zwischenboss aus, ähm, Welt 6. Weil der Zwischenboss da ist auch echt nice. Das ist halt dieser, ähm, große Spiky-Man. Und der große Spiky-Man ist halt, äh, ist ziemlich cool, finde ich. Ich mag ihn. Aber das mit dem Frosch ist auch sehr kreativ. Muss ich sagen. Och, fang. Kann ich das nicht? There we go. Ja, der Stachel-Buggy. Den du so quasi nicht verletzen kannst. Sondern den du in, äh, ja, in die Lava schubsen musst quasi. Mit diesen ganzen zerstörbaren Blöcken unten. Das mag ich. Das ist nice. Generell, viele Bosse hier sind ziemlich geil. Und dann kommt diese Top-Pflanze. Und ist absolut scheiße. Jetzt ohne Witz. Die Top-Pflanze ist absoluter Müll. Das ist einfach nur langweilig. So, und hier habe ich dann so das erste Mal meine Bekanntschaft mit, äh, guter Musik gemacht. Der Terminal-Montage im Kopf. Ja, der Typ ist, äh, der, der macht echt gute Animationen. Das ist gut, shit. Ich meine, an sich der Piranha ist auch verdammt nice. Wenn man ihn legit bekämpft. Und wenn man ihn schießt, nicht so. Ey, ich werde euch den Schieß zeigen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, äh, sehr rapide nochmal zurückzuspulen. Beideos ist es nahezu unmöglich, bei diesem Boss zu sterben. Einfach weil... Oh, ey, ich kann mich nicht bewegen. Yoshi, are you alright? Jesus. Die einzige Methode, beziehungsweise, doch, du kannst noch sterben, indem du wirklich von so einem Mini-Slime getroffen wirst und dann absolut nicht mehr an das Baby rankommst. Das kann passieren, aber ist selten. Oder du fällst in dieses eine kleine Loch mit Lava. Dann stirbst du auch. Yoshi, are you okay? Pasta, wo? Oh, nein. Oh, Terry Bogart. Barry Togart. I like this guy, though. Ich bin halt absolut schlecht in diesen Brezel-Motions, die in, äh, die für Terry verlangt werden würden. Deswegen, also, ne? Aber wenn ich so, wenn ich Terry kämpfend sehe, ist es halt best shit. Allein mit seinen Super-Super-Specials. Aber man erkennt echt immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen Sakurai-Favoritism. Sein Boy Kirby kriegt natürlich so, so das Schönste immer. Der SMK-Dude kriegt natürlich dann auch so, äh, fucking, er kriegt noch ein fucking B-Special dazu. Wo sonst niemand kriegt. Von daher, ja, das... Pading. Und 50 fucking Lieder. Ja. Ich finde halt dieses Meme geil. Wo die ganzen DLC-Charaktere da stehen und sagen, so, äh, steht Terry. Guys, ich kann das, äh, Leute, ich kann das erklären. Und dann stehen da wirklich so Joker und hier, ähm... Ja, quasi die ganzen DLC-Charaktere stehen da. Und sagen so, du hast so viele Songs bekommen. Ich hab nur fü- ich hab nur fünf. Ich hab nur zehn. Und dann steht da Cloud, ihr Leute kriegt Musik. Das ist so schade. Es ist aber auch leider so wahr, weil Cloud kriegt halt gar nix. Es ist halt... Wieso nicht? Square, warum seid ihr so fucking pissig mit eurer IP? Es gibt so vieles... So viele Musik, die man für Cloud verwenden könnte. Und ihr denkt euch so, nee, you can't not have anything. Cloud kriegt nix zum Fighten. Nicht mal One-Winged Angel. Ich mein, gut, das ist auch nicht Cloud. Das ist Sefirot's Fiend, but still. Das ist einfach eine C7-Mucke. Ich mein, ich erwarte jetzt nicht, dass sie hier die Dissidia-Schiene fahren, um Gottes Willen. Und hier, was weiß ich nicht, wie viele Tracks da einbauen. Aus verschiedenen Games. Aber so ein bisschen wär schon was schön gewesen. Oh no, oh no, oh! Death Tetris. Gott bin ich gut. Norms. Nanananananana, fuck. Da wollte mein Finger nicht. Das ist ein tatsächlicher Power-Stream. We're not gonna, we're not gonna do this. We're not gonna do this, no. Das ist ein legitimer Power-Stream. Da machen wir sowas nicht. Wir machen nicht diesen Scheiß mit der Zunge. Höchstens, um mal was zu demonstrieren, wie nachher beim Piranha-Boss. Aber. Drache. Drache. Nicht Eidechse. Wir machen nicht diese Ficke mit der Zunge. Diese Hentai-Scheiße. Gut. Da müssen wir dann halt durch, dass wir das hier nochmal machen. Ich warte mal, bis der Todesblock da ist, ne? Platz, Bertha. Oh nein. Die ignoriere ich immer komplett. Dein Aim ist... Du bist gerade echt, ne? Du suchst Streit. Das ist ein Problem. Okay. So, äh. Ne, jetzt haben wir auch wieder genug gesagt. Also, ne? Genug Zug. Ich sagte genug Zug. Sometimes, this game is something. Dieses Spiel ist manchmal echt etwas. Probier ich übrigens den Schlüssel her. Ah ja. So, jetzt aber. Ne? Jetzt haben wir wirklich genug auf den Zug. Mehr Zug braucht ihr gar nicht. Ihr habt ja schon wieder genug Zug für die nächsten drei Wochen. Das ist ironisch. Das war ich wahrscheinlich jetzt immer wieder in der Zeit lang, der nicht zum Stream kommen werde. Na gut, das ist nicht ganz true. Weil Wochenende existiert noch. Habe ich jetzt Münzen verpasst? Ich glaube ja. Ist mir scheißegal. Und du verpiss dich jetzt mal. So. There we go. The next generation of Zug. Das bringt. Oi. Oh fuck. Oh fuck. Das habe ich ja ganz vergessen. Oh fuck. Okay. Okay. Ja. Ich begreife. That's sick. Was habe ich da gerade eben erst getroffen? That's sick. Popping Balloon. Nice. Das war damals als Kind unmöglich für mich und es ist immer noch unmöglich. Das ist bullshit and you know that. Du KI-Fick. Vor allem ich finde es geil. Der Typ gewinnt und verschließt die Tür hinter sich. So am Motto. Fuck you. No best out of free. Okay. Okay. Überall so ein bisschen. Slut Machine. Yes. I need. Check this out. Pure skill. Pure skill. Na immerhin sieht man die Lichterkette so ein bisschen. Mal gucken. Vielleicht wird es ja noch besser, wenn es richtig dunkel ist draußen. Jetzt gerade ist er ja noch so. So Dämmer. Äh. Abenddämmerung. The Baseball Boys. The Boys and the Baseball. Oh. That's a baseball. That's an asshole. That's an asshole for playing baseball. Yes, yes. Oh my god. Wie so ein Shy Guy überhaupt reagieren muss. Weißt du? Du bist gerade in fucking Yoshis Maul gewesen. Und lebst noch. Du darfst weiterleben quasi. Man denkt immer, man kann. Aber man kann nicht. Lasst euch das eine Lehre sein, Kinder. Ihr könnt nicht. Niemand kann. Wir alle sind nein. Und dann sind wir vielleicht auch manchmal vielleicht. Und wenn wir dann vielleicht sind, dann sind wir manchmal. Wir verstehen uns. Haben Shy Guys überhaupt Emotionen? Das ist eine gute Frage. Haben sie überhaupt Gefühle? Empfinden sie Liebe? How do Shy Guys fuck? Ihr müsst mal anfangen, die wichtigen Fragen zu stellen, Kinder. Hoi. Thanks a lot. Au. Au. Stop it. Habe ich mal gesagt, dass ich gut in dem Spiel bin? Nein. Das ist das Gute an der Sache. Boah. Das muss ein brutaler Tod sein. Zu Tode gefrieren und dann zersplittern. Ob man dann etwas merkt? Fragen wir Sub-Zero. Oder die Lehnen, die er damit mal umgebracht hat. Ach ja. Äh. Ne. Wir verstehen uns. Ich finde es immer geil, wie sie seinen Kopf manchmal zusammenknödelt. Egg. What? Darf ich mal einen Schritt weiter? Ja, richtig. Danke. Fuck. Du willst definitiv einen auf die Fresse. Ich merke das schon. Du genauso. So. Sag mal. Mom. Get the camera. Ich habe gerade für eine Sekunde gedacht, das Spiel wäre gecrasht. Hm. Geil. Das wird ein nicer Score hier. Nun möchte ich nach dem Stream eine Montage. Ja. Tob dich aus. Ich habe die Zeit nicht dafür. Ich lade das als Power Stream wahrscheinlich auf YouTube hoch dann. Damit Leute das nochmal nachgucken können. Sag mal. Was habe ich denn hier gerade? Habt ihr diese Frame Perfect Scheiße gesehen gerade? Was ist das? Kriege ich immer nur die unterste Blume? Wieso keine Zeit? Weil ich arbeiten muss? So eine Montage dauert, bis das fertig ist. Bis dann habt ihr längst vergessen, dass es hier überhaupt... Dass ich sowas mal hatte. Ich habe Full Egg. Full Egg. What's grassy's taste like? Ja. Eggplants. Da wird jemand gefeuert. Okay. Okay. Full Egg. Ne. This is one of those days. Guess I'm having myself one of those days. This is some escape the fate lyrics. By the way, darf ich mal anmerken. Dieses Spiel, ne. Obwohl hier gerade... Relativ viel on screen ist. Kaum oder gar keine Frame Lags. Ne. Oder halt Sprite Lags. Und wenn wir dann mal wirklich vergleichen mit hier Super Goods and Goblins, ne. Oder Super Goods and Ghosts. Das ist ja... Das ist das same shit. Ähm. Das Spiel hat... Ist unglaublich scheiße gecodet. Ich meine, es ist noch nicht schwer genug, dass das Spiel mit seiner Steuerung kackenschwierig ist. Weil ich... Ich... Brech mal kurz was für euch runter. Ich bin scheiße in diesem Spiel. Das ist es der Punkt. Ne. Ähm. Fucking Super Goods and Ghosts ist nicht schwer. Es ist einfach nur die Steuerung ist absolut garbage. Und das Spiel ist kacke programmiert, was Frames angeht. Weil ohne Witz, das Spiel wäre absolut kein Problem, wenn das Spiel nicht absolut zum Stillstand kommen würde, sofern mehr als zwei Sachen auf dem Bildschirm sind. Und das ist nicht mal übertrieben. Das ist leider wirklich so. Super Goods and Ghosts ist in dem Punkt dreckig programmiert. Sobald irgendwie gefühlt zwei Sachen auf dem Bildschirm sind, kommt das Spiel zu einem Stillstand. Da weiß es irgendwie dann nicht mehr mit seinem eigenen Leben anzufangen. Und dann hast du wirklich so... Damit musst du dann noch mit diesem komischen Jump Arc leben. Was eine Sache ist. Das kann man sich angewöhnen. Der Jump Arc in dem Spiel ist, äh... Gewöhnungsbedürftig, yes. Aber nicht... Unmöglich. Sagen wir es mal so. So, yeah, äh, ne? Unpopular Opinion. Spit. Ach, warte. Ich versuche, glaube ich, hier schon wieder zu viel und zu wenig zur selben Zeit. Was habe ich da getroffen? Hast du gestern Yakuza 7 Storytrailer angeschaut? Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich warte lieber, bis der mal englische Untertitel hat. Weil ich verstehe ja sonst eh nichts. Sollte ja nicht allzu lange sein. Ich habe aber gesehen, dass man fucking Summons bekommt, basically. Also, das Gameplay wird interessant. Ich wollte gerade sagen, schon wieder der untere? Also, man kriegt irgendwie fucking Summons und... Das eine davon ist ein fucking Lobster. Ach, der Megaboo. Das levelt, ich erinnere mich. Some nice shit. Bigaboo. Ach ja. Ey, aber guck mal, die sind so fucking cute, ne? Alter, die sind so fucking cute. War das denn nicht auch der Ort, wo man irgendwie sich unendlich lebenglitschen konnte? Ich meine, wenn man irgendwie den Schalter betätigt und dann... Das ist ganz weird. Oh, it's a spooky ghost. Ah. Some spooky ghost. He likes toast. Hm. By the way, ich habe einen, äh... 100% Speedrun mal in meine Watch Later Playlist geschickt. Also... Ich glaube, ich werde mir das dann demnächst mal geben, weil es könnte interessant sein. Ich glaube, ich habe einen... ...und... 100%... ...als Speedrun... Ruin. So, die left. By the way, ghost schrei, guys. Ist irgendwie auch cool. And he died. Die sind so cute, ne? Die kleinen Boohoo sind so fucking cute. Oh yeah. Oh, get tricked, shot, bitch. Hey, Zeref. Äh, ein Pokémon Schild begonnen hat. Oh. Ich sag ja, mittlerweile, so Pokémon Sword und Schild ist mittlerweile nur noch, weißt du, Sword ist die Fraktion von Leuten, die das Spiel angreifen und Schild ist, die es verteidigen. Obwohl keine von den beiden Fraktionen bislang Ahnung hat, was, wie es überhaupt wird. Und irgendwie beschmeißen sich beide Seiten gegenseitig nur mit Scheiße. Irgendwie tötet das bei mir sämtliche Lust, irgendwas mit Pokémon zu machen. So beide Seiten, ne? Sowohl die Leute, die krampfhaft versuchen, irgendwas Schlechtes von dem Spiel zu finden, als auch die, die krampfhaft das irgendwie verteidigen wollen. Was soll ich? Es sind so ein paar Szenen schon raus, wo... You don't. You don't do that. Ne? So ein paar Sachen, das machst du heutzutage einfach nicht mehr. Es ist einfach... Sieht unprofessionell auf aufs Toast. Auf Toast. Zum Beispiel... Oh, das hab ich gestern gesehen. Irgendwie ne Cutscene mit den zwei Legendären. Und das eine Legendäre dreht sich auf der Stelle... Also quasi startet seinen Walk-Cycle, dreht sich im Place und geht dann weiter. So was machst du heutzutage einfach nicht mehr. Da gibt's kein Wenn und kein Aber. Das machst du einfach nicht. Es sieht scheiße und unprofessionell aus. Für ne... Für ne... Für ne IP, wo Billionen wert ist. Da kann die Leute verstehen, dass sie da pissig sind, weil da erwartest du einfach mehr. Ich mein, für die ganz großen Suchtis, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch sagen, boah, aber der Shadow hat doch gesagt, er wollte sich unbedingt Schild holen. Dass, äh, wenn er sich denn das Spiel holt, dass er sich Schild holt. Ja, ich war auch ziemlich hype auf den ganzen Kram. Und dann hab ich gesehen, dass man, äh... 60 Euro für basically ne Beta verlangt. Und das hab ich denn nicht eingesehen. Boah! Ich werd's mir wahrscheinlich, äh, grundsätzlich nicht angucken. Ich vertraue da Andy genug, dass, äh, er sich das, äh, dass er mir das mitteilen kann. Ne, einfach von dem, was ich jetzt so bislang selber dann auch gesehen hab, ist... Es ist denn nicht unbedingt gut. Weißt du, von kleineren IPs, da erwartet man irgendwo... Da wartest du nicht viel. Aber zum Beispiel, Pokémon ist ne fucking Billion teure IP. Da erwartet man so ein bisschen was, you know? Beziehungsweise, ich finde, da darfst du dann auch mal tatsächlich was erwarten. Klar, Erwartungen sind dann halt wieder so ne Sache. Das kann sowohl auch arg nach hinten losgehen. Beziehungsweise, wenn man seine Erwartungen zu hoch setzt, ja. Aber, sagen wir mal ganz ehrlich. Wie gesagt, Pokémon ist ne Billion Dollar IP. Da darfst du tatsächlich mal minimale Erwartungen haben. Und da ist dann auch nichts falsch dran. Meine Güte, jedes Mal, wenn ich über Pokémon rede, ne? Melkst mich, sad. Können wir über was anderes reden? Können wir über Kingdom Hearts reden? How about that? Es ist gerade, ähm... Das hab ich auf Twitter vorhin noch gepostet. Das ist einer der Gründe, warum ich ein bisschen später mit dem Stream angefangen hab heute. Ähm... Ich hab, äh, das Angebot gesehen auf, äh, PlayStation. Auf PlayStation Plus. Das ist ja kein PlayStation Plus-Angebot, das ist für alle ein Angebot. Äh, einfach mal die, äh... All-in-One-Saga, basically. Also, Kingdom Hearts 1.5. Kingdom Hearts 2.5. Also, halt diese Collections. Und Kingdom Hearts 3 für insgesamt nur 36 Euro. Das ist ein fucking... Das ist Kidnapping. Also, im Grunde rufst du damit den, äh, den Developer an und sagst so, ich hab dein Kind. Ich verlange so und so viel Geld oder du siehst das Spiel nie wieder. I just yeeted myself. Ich bin gerade... Ich hab mich gerade so in Kingdom Hearts verredet, dass ich mich einfach in das nächste Loch geyeetet habe. Das ist... Das war... Das is... Das ist mine, now. Ich will doch nur... Gut. Komm her, du verkacktes Baby. Wir sind hier bei Death Stranding. There is no baby So I played myself again Blasen ist toll, ja Deswegen, ja Bis ich den Stream gestartet habe, das hat heute ein bisschen länger gedauert Weil ich das, ich wollte das unbedingt nutzen Ich habe wirklich, äh, ich habe Kingdom Hearts Ich habe die beiden Collections auf der PS3 Das ist also eine Sache, ne Aber auf meiner PS3 ist so eine Sache Das, ne, ist immer nicht so schön Sieht aber ein bisschen doof aus Es ist immer schöner, wenn man alles so auf einer Konsole hat Und Kingdom Hearts 3 wollte ich mir sowieso holen Ich habe es jetzt nicht unbedingt auf, ähm Auf, äh, in meinem Regal gebraucht, um Gottes Willen Das ist eine dieser Spiele, wo ich mir gedacht habe So gut, da hast du jetzt, äh So ein mittelmäßiges Feedback gehört Auch so von Andy halt Und wie gesagt, ich vertraue Andy da Der Typ, ne, sagt ihm das bloß nicht Aber er ist ein relativ schlauer Dude eigentlich Sagt ihm bloß nicht, dass ich das gesagt habe Wenn ich hier rauskriege, dass einer von euch das gesagt hat Dann, äh, dann gibt das böse Hauer, Hauer Und, äh, ja, wie gesagt Kingdom Hearts 3 wollte ich sowieso schon seit längerem mal haben Aber habe mir immer gedacht, so gut 30, 40 ist jetzt halt Ja Wenn es mal, wenn du es so irgendwo im Angebot siehst Yeah Aber sonst würdest du es dir auch nicht holen Aber, ich bin ganz ehrlich Kingdom Hearts 2 allein schon auf meiner PS4 spielen zu können I want I want that Also von daher Eventuell könnt ihr demnächst mit dem Kingdom Hearts 3 Stream rechnen Nicht in allzu naher Zukunft Ich bin aktuell noch im Überlegen Es ist ein bisschen tricky gerade Erstmal muss halt, äh, Paper Mario muss ich auch dann noch mal wieder weitermachen Komme ich auch nicht zu Dann, ähm, ist dann noch ein Stream für, für Sketchy, den ich auf dem Plan habe Den ich möglichst bald machen möchte Weil ich kenne mich Ich tendiere dazu Sachen absolut, äh, des Todes zu vergessen Wenn ich es, äh, nicht, äh ASAP mache Ergo, das möchte ich eigentlich in relativ naher Zukunft machen Das Problem ist, ich weiß, dass, äh Das Ganze könnte ein bisschen länger dauern Ergo, man muss erstmal einen Termin finden, wo sie Zeit hat, wo ich Zeit habe Und der, das Problem ist, äh, für mich irgendwie Einen Moment zu finden, wo ich Zeit habe, ist schwierig Shit, fuck Ja, also mit dem Game werden wahrscheinlich relativ wenige was anfangen können Aber es ist ein, es ist ein Geburtstagsgeschenk für sie Deswegen, ne, it's important Also, geil, das musste ich nicht mal machen Offensive Oh, Angel, fuck Ah, cool Fucking Fucking Call of Duty Mit Mandeln, mit Nusskern Nur, dass er eine fucking MG hat Und ich, äh, ich spucke einfach Also, ja, von daher Das ist dann halt so eine Sache, wo Äh, relativ Zeitnah abkommt Dann, wie gesagt, muss ich Paper Mario auch weitermachen Weil, ne, sonst werden da, glaube ich, so Die fünf Leute, die das, äh Gerne verfolgen, pissig Und das würde ich auch nicht wollen Und, ja Ich brauche einfach mehr Zeit Aber das Problem ist, ich weiß ganz genau, dass, äh Dass das so eine Sache wird Weil jetzt kommt, äh, Weihnachtszeit Und Weihnachtszeit ist, äh, überall, wo du arbeitest Einfach nur Stress Von daher Ja, gonna be funky Ich hab mal überlegt, ob ich denn so über die Weihnachtstage Weil, da wird's sowieso, äh, schwer Irgendwas zu machen Was, sei es Streams, sei es Content Ob ich da quasi Eine kurze Pause mache Einfach, also hier Sag von wegen Äh, pass mal auf Da wird das mal ganz schlecht Was, äh, Zeug angeht Obwohl ich trotzdem wahrscheinlich versuchen werde So weit zu streamen, wie geht So wie ich mich kenne Aber ja Oh, cool Rubbel Zur Not spontane Streams Ja Ist auch so eine Idee gewesen Vielleicht gibt's ja nochmal ein paar Tage, wo ich, äh Nicht so lang, also Wo ich vielleicht auch mal später anfangen muss Mach ich vielleicht mal morgens Streams Das kann auch sein Also, Optionen haben wir Ich mein, ja, Laberrunden, warum nicht Ich mein, ich hab den ein Stream Haben wir auch nur quasi gelabert Einfach nur Manchmal tut das ganz gut Man mag es immer kaum glauben, aber Manchmal tut der Shit ganz gut Lakitus Wall Oh, wow Oh, that's a big chungus That's a very big chungus Den chungus kannst du nicht werfen, aber Holla die Waldfeder, das musst du auch nicht Moment, das Level heißt im Deutschen Lakitus Hinterhalt Das ist mal was Ganz anderes Außer Fucking Lakitu Trump Ne, also klar, ich weiß, äh Jetzt die Weihnachtszeit wird stressig in meinem Bereich Das ist, ne, da müssen wir nicht diskutieren Das ist, äh Das ist so Ich spuck dich da so lange hin, bis du da landest Geht doch Aber, ich sag mal so Meine Arbeit macht immer noch Spaß Also So viel ist so weit, wie Arbeit Spaß machen kann, halt, ne Ich glaub, das muss ich nicht sagen Oh ja, das ist cheap That's a cheap game, though Weil Basically Ja, er kann mich auch so ein bisschen stunnen Aber ich hab einfach mal ne fucking lange Zunge Mit der ich Münzen essen kann Boah, Alter Tja, tja Full Egg Nice That's Shy Guy Abuse Das ist deine Ansicht der Dinge Ich seh das ja nicht so Ich hab's vergessen, wie mächtig die scheiß Dinger sind Und dass sie absolut nicht an Höhe gewinnen Bäh Full Egg Das ist Shy Guy Abuse Ich benutze Ich benutze sie quasi Um über Filzstifte zu kommen Josh, die sieht auch jedes Mal aus, wenn er so ein Riesenei halten muss Als ob er sich gleich den Rücken bricht Ich steige ein Ich steige ein Eure Shy Guy Abuse Perfect Hey Zero Star Ja, das ist Das ist how we do it Da war mal wieder voll Bock, mal wieder Kingdom Hearts 2 zu spielen Weil an sich Kingdom Hearts 2 ist immer noch einer meiner Lieblings Kingdom Hearts Teile Beziehungsweise ist mein Lieblings Kingdom Hearts Teil Und die Nennaver PS4 zu spielen ist Ach, das könnte echt Spaß machen Das ist, glaube ich, der ein echt schöner Zeitvertreib Mal für einen Feierabend Nice Jesus Hier wird einfach alles ausgespuckt Möbi, 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 Nö, Nö Geh weg, du dummer Scheiß Kalt, kalt, kalte Hände Oh, dieses Auto sieht echt weird aus Ich meine, es ist Yoshi als Auto Also, was erwarten wir hier? But still How did I do this? How? Hey, Draghi Ich bin quasi mit einem Auto gerade gewalljumped So kann man das, glaube ich, sagen, oder? Gilt, gilt das? Yes, es gilt Oh, der schlimmste Boss im Final Game Der schlimmste Boss in diesem Spiel Der pottet Ghost Castle The pottet Roast Pot Angst Potter? Okay, sorry Der wollte einfach nicht gegessen werden Nein, mir ist echt nie aufgefallen, dass dieses Spiel an sich so wenig Soundtrack hat Das habe ich jetzt aber nicht gewollt Das fand ich jetzt aber nicht so toll Anzufangen bis zwei Zeit gesucht wird Kurz gesagt Ich tue mich schwer, es auf Platin zu machen Oh boy Vor allem, wenn sie hier Kannst du mal Ja, doch Okay Speedrun is shit Nice Speedrun Tactics There we go Speedrun Tactics Speedrun Tactics Basically yes Das ist optional Das ist optional Nicht optimal Muss eigentlich nur alle Tagebucheinträge machen Gummischip-Routen auf S Also IEX-Routen Das ist so einfach Weißt du das eigentlich? Die Gummischip-Routen alle auf S Und IEX machen das so einfach Das ist basically nur noch ein Grindfest Du musst nur Ein Gummischiff bauen Womit du dir das So easy machen kannst Das hatten wir einmal im Chat Hatten wir einmal im Stream Das hat Andy mir erklärt Was ich da bauen soll Das Ding sieht denn so bescheuert aus Aber es ist so effektiv Und du bist im Grunde Unvernichtbar Und ja Unvernichtbar Ist dann ein Wort War es ein Donut? Ich weiß gar nicht mehr Was war das nochmal Was wir da gebaut haben? Irgendwie der Rahmen Oder so? Wie hat mir das Ding Ich weiß das gar nicht mehr Mein Stream gibt es jetzt auch Leider nicht mehr Gut aber eigentlich Wenn ich das versuchen wollen würde Müsst ihr ja hier nur Andy fragen Ich glaube der würde mir So nochmal erklären Was ich mir da bauen muss Du brauchst da irgendwie nur So eine gewisse Anzahl So gewisse Teile Und dann ist auf einmal alles Tutti Ich weiß Ich habe den Kasten auch gebaut Aber ja keine Ahnung Wahrscheinlich habe ich keine Lust Auf die Einträge Ich sage nur Ariel Na Gott das ist doch Eine schnelle Sache Basically Viereck Donut Ja genau Ein Viereckiger Donut Ja eben Also eigentlich baust du ein Schiff Quasi was in der Mitte leer ist Weil Gegner darauf programmiert sind Immer in die Mitte Deines Schiffes zu schießen Ergo wenn du Wenn du ein Schiff baust Was in der Mitte leer ist Dann kann man dich nicht treffen Du bist doch auch eine Glaskanone Von Schiff Aber das ist scheißegal Toll Zack point Und crack point So kalte Hände gerade Das ist merkwürdig Der Rest bei mir geht eigentlich By the way Die Beleuchtung funktioniert doch so ein bisschen Sieht gar nicht mal so schlecht aus Ich weiß nicht Hat denn Kingdom Hearts sonst irgendwelche Solche Brecher Trophäen Wo absolut unschaffbar sind Aber wenn die meisten Sachen nur so ein bisschen Wenn die grindy sind Da habe ich kein Problem mit Ich grind mich gern nochmal ein bisschen Durch Kingdom Hearts 2 durch Spiel war immer schön für mich Ich mochte es Auch wenn ich sagen muss Jetzt so Mal so im Vergleich Kingdom Hearts 1 ist Echt schlecht gealtert Also das muss man mal sagen Kingdom Hearts 1 ist sehr schlecht gealtert Das Spiel sieht nicht schön aus Und es spielt sich absolut nicht schön How did he do this Ich mach all eure Töpfe kaputt Und was wollt ihr dagegen tun Alter Hö Der Bandit hat sich einfach weggejutzt Der war nicht mehr da Ich mein gut So wie ich das verstanden hab Die Data Fights Und hier Fucking Terra können Ein ziemlich terrible Problem werden Aber sonst Sonst hab ich irgendwie das Gefühl Da dürfte nicht viel sein Wo ein großes Problem darstellt By the way This boss Erinnert ihr euch noch Wo ich beim ersten Boss gesagt hab Es ist relativ unmöglich zu sterben Well Hier ist es Legit Unmöglich Zu sterben Also Ne Ich mein er gibt sich Mühe So und basically Der Fight ist jetzt over Es gibt nichts mehr Was er machen könnte Wo Ne Das boss ist stupid Der boss ist so richtig dumm So richtig scheißen Langweilig und dumm Alter Orphan of course Easy Fucking Ne Old Hunter German Pissover Terror Easy Pot ghost True shit Data Files und Terror Hab ich persönlich nie gemacht Haben ihre Tactics Und hat einige Minigames Wo man verbrauchen könntest Ja doch Es gibt so einiges noch Monkey Business That's some monkey shit So erstmal Ein Affen gegessen Aber wie gesagt In letzter Zeit Ist echt Ich hab in letzter Zeit So viel Bock Auf so viele verschiedene Games Unter anderem auch Ich wünschte ich hätte die Zeit Für eins von beiden Nur Entweder Bloodborne Oder Final Fantasy 12 Weil das ist so Eine richtige Unpopular Opinion Von mir Final Fantasy 12 Ist so Mit Mein Lieblings Final Fantasy Jetzt Nicht Na Wobei Es ist schwierig Ich bin ganz ehrlich Das Lieblings Final Fantasy Zu bestimmen Ist echt schwer Weil ich mag 12 Wirklich sehr Also ich hab Ich mag es so sehr Dass ich Es auf Platin gemacht Hab Und das ist Heidenarbeit Es hat 80 Stunden Gedauert Danke Sprungtaste Genau das Hab ich gewollt This is what I wanted All my life Nani Spit the monkey 12 12 12 Ist einfach so Ach mein Wie beschreibe ich 12 Wie siehst du euch zu den neuen Pokémon Spielen und dem Hype Ui Es bringt mich dazu irgendwie überhaupt nichts mehr mit Pokémon am Hut haben zu wollen Die eine Seite denkt sich Müll aus um das Spiel möglichst schlecht darzustellen Die anderen verteidigen eindeutig schlechte Grafiken und Designentscheidungen Also Ne Der ganze Blödsinn der da Der sorgt echt bei mir dafür dass ich auf Pokémon so gar keinen Bock mehr hab Wir haben ja auch Sword and Shield jetzt weder vorbestellt noch sonst was in der Art Einfach weil ich mir sag so Ne This game Is not worth My money Man Ne Das ist ein Powerstream Ich mach so ne Scheiße nicht Ich werd schon wieder zu ungeduldig Ich werd schon wieder zu saftig Spit Okay Ich hab Was hab ich nochmal vorhin gesagt mit Keine Frame Lags Das Spiel frisst grad liebend gern meine Inputs And I don't like it Der Kern ist durch ihn durch Ne eigentlich war ja immer so ähm Final Fantasy 10 und 10 2 so mit meine Ähm mit meine Lieblings Final Fantasy Games Sie gehören auch immer noch zu meinen Favoriten auf jeden Fall Ich weiß nicht Ich mein die alle haben Momente wo du dir denkst so Yes fuck this game and fuck this äh Fuck diese Stelle ganz besonders 12 hat ein paar davon Aber X und X2 haben die genauso Also von daher 12 hat halt Oh Gott der große Kristall allein schon Ich hasse diesen Ort Generell alles was mit Gero Wagon zu tun hat Dieser Ort ist so fucking kacke Full Egg I need full egg Oi Ja ich hab Lichterkette hier bei mir I need it this shit Ja hab ich heute erst dran gemacht Ich hab ne Menge gemacht heute Wenn du Zeit hast würdest du auf Final Fantasy 14 wieder anfangen Oh ja Final Fantasy 14 hab ich sehr enjoyed Nicht wahr So much space everywhere Hirn lass mich nicht im Stich Hirn ich hab dir vertraut Das Game ist so nice Ja weißt du Und dann kommt zu dieser Dead Stranding Moment Dass du die ganze Zeit ein weindes Baby aus deinem Controller hörst Kann ich jetzt auch mal aufhören scheiße zu sein Dankeschön Ich krieg das heute noch hin Kann ich? Warte Kann ich das cheesen? Das ist Work Sag mal Komm Geh da Geh da hin Du bringst böses Muju Du bringst böses Muju Yes Ja wenn ich hier fertig bin mit dem ganzen Kram Ja Kann aber noch ein bisschen dauern Also ne Bin gerade in Welt 3 von 6 This is Eternal suffering Ne also Um Gottes Willen 12 hat ein paar echte Kotz Momente Also Einige Boss Fights sind auch Echt käsig Aber Trotzdem Ich liebe 12 12 ist nice Ich mag halt so dieses Klassensystem Was man da hat Und Generell die Orte die man besucht Die Bosse Die Espers die du beschwören kannst Also hier die Die Monster da Auch wenn sie leider Überwiegend worthless sind Außer so Wenn du sie einfach mal so Grundlos Aus Fun Beschwörst Basically War hier nicht ein Ne 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 Booga 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 Außerdem By the way Stimmt das Das ist In Dead Stranding Wenn du Das ganze spielst Dass dein PS4 Controller Baby Geräusche von sich gibt Bei Final Fantasy 14 War das Sammeln von Element Shards Schon ein bisschen Tedious Ne Hier kommst du jetzt drauf Angel Ich mein Ja Die Dinger waren halt Die hast du halt Fürs Herstellen Immer gebraucht So yeah Braucht es halt Ein Sammler Aber wenn du Ein Sammler hast Dann auf einem hohen Level Da muss man sich Dann halt einmal Durchgrinden Das ist halt ein MMO Hier Have a monkey Deswegen waren Alle meine Sammler und Hersteller Auch schon Auf Level 50 Bevor ich überhaupt Irgendwie Ne Haupt Combat Klasse Irgendwie auf 50 Ich hatte Witzigerweise Mein Gärtner War so die Eine der ersten Klassen Die ich Nachher auch 50 hatte Magst du jetzt mal Hier hochkommen Du Baby Fuck Dankeschön Oder um es mit den Worten von Rick and Morty auszudrücken Yeah let's eat the baby Vielleicht lässt es uns ja höher springen Oder schneller laufen Also Yoshi Eat the baby Das kann man abstellen Das ist aber In deinem Fernseher Oh Gott Yeah Das ist das was ich mir schon immer gewünscht habe In meinem Videospiel Fucking Baby Geheule For free Ich meine Jetzt ohne Witz Ich bin jetzt halt Nicht so der Mega brutalste Kojima Fan Aber ich weiß ganz genau Was ich für Dead Stranding Keine Zeit habe Weil Was habe ich irgendwie gelesen Allein irgendwie so 20 Stunden Um überhaupt in das Spiel Richtig rein zu kommen Was ich mir eigentlich schon gedacht habe Weil es ist ein Kojima Game Kojima Games tendieren dazu Lange zu brauchen Um irgendwie rein zu kommen Weil sie es verbessert haben Jetzt hat man die Fähigkeit Die dasselbe Machen wir in meinen Fähigkeiten Aber kostet mir mal die Hälfte Du kannst jetzt sagen Automatisch ist dieses Material Und hackt den Ader leer Wow That's some dead kids Ich meine Ich fand es jetzt nicht tedious Ich meine Technisch gesehen Habe ich mir Habe ich immer regelmäßig In den Shop reingeguckt Und habe So eine Ader Also wo jemand Reingestellt hat Und einfach mal leer gekauft So ein paar Hundert oder tausende Irgend so ein Dödel Hat ja immer mal Hat ja nicht gewusst Wofür die Dinger gut sind Oder was weiß ich Hat da mitgemacht Und ich habe dann gesagt Oh das ist mein Brauchst halt ein bisschen Glück Dass du da halt So ein Angebot mal findest Aber wenn du so jemanden hast Dann hast du aus 60 Stunden für das gesamte Spiel Das ist viel Man gewöhnt sich an das Baby Das ist etwas was ich Sehr 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 schwer glauben kann Man gewöhnt sich an das Baby Torpedo Oh no 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 Ja auch wieder war Aber wie gesagt Bei mir war Dead Stranding sowieso immer Ne Ich wusste dass es irgendwann rauskommt Aber es hat mich immer nie Wirklich Ne Dass ich gesagt habe Boah Ich kann es kaum erwarten Bis es endlich rauskommt Um genau zu sein Ich wusste irgendwie die ganze Zeit Dass es eigentlich nur Kojimas feuchter Traum wird Und es ist es ja geworden Und für diejenigen Die die Zeit haben Und in das Spiel reinkommen Schön für die Ich habe da leider die Zeit nicht für Weil gerade wenn du sowas hast Wo wirklich ein paar Stunden dauert Um entweder erst reinzukommen In die ganze Sache Oder Ja wo eine Storyline hat Wo man so ein bisschen aufpassen muss Ist immer so eine Sache Meistens möchte ich dann Wenn ich von der Arbeit komme Irgendwas zocken Wo ich Mein Hirn relativ abschalten kann Und nicht noch Überlegen muss Was meint Kojima wohl mit diesem Baby Kann man das Baby essen? Ganz Ja ganz ehrlich Warum sollte es keine Option sein Das Baby zu essen? Es gibt eine was? Eine Pinkelfunktion Leute haben vier Jahre Oder wie lange auf dieses Spiel gewartet? Nur um Norman Oder wie hieß er? Norman Reeds? Norman Reeds hieß er, ne? Norman Reeds Ja Reeds, Reeds, Reeds Nur um den Typen beim Pissen zu sehen Sehr nice Ist auch gut Danach habe ich auch nie gefragt In meinem Leben Weißt du Ich habe so ein paar Staffeln Walking Dead geguckt Da habe ich mir gedacht So yes I want to see his dick Definitiv Und er kann duschen Fuck Fucking hell Da bleibe ich lieber bei Yakuza Da wrestle ich Leute in der Sauna Schwitzende Männer Extrem Oh mein Gott Full Egg Ich will nur Full Egg Der Rest ist Melade Full Egg Yes Und Monster Energy Das ist auch so ein Meme geworden Leute wollen unbedingt Monster Energy To be honest Monster ist nicht mal so mein Lieblings Energy Ich bin generell sehr sehr picky Was Energy Drinks angeht Ich trinke eigentlich Wenn nur Rockstar Zum Beispiel so Red Bull Mag ich überhaupt nicht Red Bull ist so Red Bull Cola ging mal Das ist noch halbwegs erträglich By the way Ich liebe diesen Hintergrund Der Hintergrund sieht geil aus Generell Das Spiel hat so Können wir mal ganz kurz So den Artstyle von diesem Spiel hier appreciaten So halt Ne Allein der Hintergrund Wie detailliert der an sich ist In Kombination mit dem Vordergrund Ich bin mittlerweile auf Rockstar eingeschossen Aber auch nur weil es am besten schmeckt Wirklich wirken spüre ich nicht Nö Bei mir auch nicht Aber Angel Das liegt auch bei uns beiden daran Weil wir fucking Beef Lords sind Wir müssten glaube ich Vier oder fünf Red Bull trinken Was unserer Gesundheit Nicht unbedingt gut tun würde Um so einen Effekt zu spüren Das ist zum Beispiel bei mir Auch der Grund Warum Kaffee bei mir nicht wirkt Aber ich trotzdem gerne mal Kaffee trinke Zum Beispiel gestern Wo wir Wo ich in Hamburg bei Wonder Waffle war By the way Solltet ihr in Hamburg sein Sucht mal nach Wonder Waffle Der Laden ist gorgeous Also Kann ich nur weiterempfehlen By the way Flauschcrap Von daher Ich trinke Kaffee gern so Also halt nicht auch pur Sondern nur wenn es wirklich muss Sondern Ja Cappuccino Milchkaffee Latte Macchiato ist mir dann schon zu Zu lasch Weil das ist dann Ne Da hat der Kaffee Nummer so Das ist Milch mit Kaffee Geschmack Das ist eine Sache Ähm Was war da noch Oh ja Was ich auch hasse Muss ich mal ganz kurz erzählen Wenn mich auf der Arbeit Leute fragen Ob ich ihren Kaffee Ähm Ob ich dann Wasser Äh Ob ich ihn mit Wasser verdünnen kann Das ist eine Verschandlung Für Kaffee For fuck's sake Auf der Arbeit Haben wir an sich Wirklich guten Kaffee Also Filterkaffee Ne Der ist Nicht sonderlich Brutal stark Sondern Noch relativ Leicht Sei mal Und dann kommen Leute um die Ecke Und sagen Oh Können sie den noch mit Wasser verdünnen Mit fucking Wasser Jedes Mal Mir liegt dann auf der Zunge Ja Ich mach den Kaffee Zu Plörre Weißt du Nimm doch Dann mach lieber Milch rein Oder Oder Zucker Oder Oder Mach weniger rein Damit ich mehr Milch rein machen kann Das akzeptiere ich mehr Als wenn jemand sagt So ich strecke den mit Wasser Das ist Verschwendung Von gutem Kaffee Das ist Hä Das ist Spülwasser Ist das Spülwasser mit Kaffeegeschmack Kaffee mit Kaffee verdünnen Das ist die Idee Das ist Hohls Art Nicht nur Hohl Ich bin mittlerweile auch so In dem Punkt Ne Weil Mir persönlich macht Der Barista Aspekt Auf der Arbeit Macht mir am meisten Spaß Fick dich mal weg Krabbi Aber Ne Kaffee mit Wasser Verdünnen Das ist Der arme Kaffee By the way Ich hab als Kind immer gedacht Das wären keine Spikes Sondern Filzstifte Ich hab immer gedacht Das wären fucking Filzstifte Okay Gleich kommt aber ein interessanter Boss Mit interessant meine ich Vom Design her Nice Und damit meine ich Dass sie das Hier gut gemacht haben Zehnmal neu versucht haben Und nie hingekriegt haben Wo kam das Ei her? Yes Du Froschfuck This is my stick Eben Du machst Kaffee schon mit Wasser Ne? Hold on Geht das? Ne Okay Ich hab gedacht Den könnte man vielleicht auch schießen Great job You fuck Seven of my Grosser Frosch And this is kind of disgusting Leider ist der Boss in seiner Umsetzung ziemlich meh Von der Idee her nice Aber Ne Nothing really happens Oh wow Ich wurde mal getroffen davon Verfehlen kannst du auch nie wirklich Und du verpasst ihm einfach nur den weltkrassesten Sodbrennen Yoshi so I've seen some shit man I really seen some shit Ja Yoshi's Blick sagt alles I've seen a frog I cannot unsee Zwei stunden und wir sind bald halb durch Ja Mensch Na gut die letzten level werden auch noch mal ein bisschen längs Also ne Gib das her How Nice Oh by the way Ne Ich merke halt einfach Ich bin In so vielen Sachen einfach ein simpler Dude Ich war ja gestern mit meiner Mutter bei Ikea Halt Ich hab eigentlich nach so einem Vorratsregal gesucht für meine Küche Einfach damit ich mal ein bisschen Ja Platz schaffen kann Und mal ein bisschen Sachen besser organisieren kann in meiner Küche Weil an sich meine Küche ist relativ klein Und gerade wenn man denn so Ne Utensilien hat Pfannen und alles Ne Das nimmt alles Platz weg Nice Und deswegen haben wir jetzt mal so ein Ich hab halt nach so einem Ja Vorratsschrank gesucht That was nice Ergo ich hab mir jetzt zwei Billigregale gekauft Weil fucking Billigregale sind Zu OP Ne Das ist gutes Holz Es ist Voll Äh Ja Ummantel lackiert Basically Ergo du musst dir nicht irgendwie Angst haben Dass du dir den Lack da kaputt machst Oder Sonst irgendwas in der Art Shit just works Monkey fuck Die Combo Die Combo ey Nein nie Oh Mie schlau Mie smarty Achso das macht einfach nur die Münzen hier an Darf man übrigens mal fragen warum die Affen fucking Mistles haben By the way Wusstet ihr dass Billigregale gar nicht mehr Billigregale heißen Die heißen jetzt irgendwie Karax oder sowas Die heißen jetzt irgendwie Karax 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 Irgend so was in der Art Das ist total weird Aber eigentlich wenn man sagt Billigregal Wisst ihr doch was ein Billigregal ist oder Ich meine ihr seid schlaue Leute Natürlich wisst ihr was ein Billigregal ist Billig im Regal Thanks Monkey Und ich wollte schon mal gucken Weil ähm Ja Ich wollte mir eventuell irgendwann nächstes Jahr Also zu Anfang nächsten Jahres Eine neue Couch zu legen Weil meine jetzige Couch Die ist langsam Down Down for the count By the way Hey Sonic Und ähm Ja mein Vater ist da immer so Ist immer sehr wählerisch Was so Was Schuhe angeht Was Klamotten angeht In den Punkten kann er manchmal echt Wie wie eine Frau sein So halt so diese Stereotypische Ne Aber ähm Ich bin da echt simpel Weil eigentlich wollte ich denn nur gucken So was Ne Was so Was sind so die Optionen Was sind denn die Preisklassen So Fun Fact Ich hab mich Ich hab ein Sofa Äh ausgetestet Das war Ja Das war okay War mir aber für das was da Was man da hat Ein bisschen zu teuer Wir gehen Wir gehen einen Gang weiter Wirklich Nicht mal zwei Minuten Ich seh ein anderes Sofa In der perfekten Farbe Die ich mag In Wirklich Giga bequem Und äh Auch noch relativ Preis Gut Und ich denk mir so Yeah Das ist Das ist Das ist Mein Sofa Irgendwann Nächstes Jahr Du Sonic Fuck Vor allem der ist auch Ziemlich fix unterwegs Man könnte echt meinen Nintendo hat echt ein bisschen Auf Sonic geguckt Und sich gedacht So Ja Mensch Sonic is some hairy fuck Capcom hat Ikea verklagt Auf den Namen Wait what Why Warum Hä What Das höre ich jetzt zum ersten Mal Why would you turn Why would you do this Why would you turn You mole Hallo Have you done drugs Okay Bist du jetzt aber nochmal Aber jetzt machst du es richtig Sag mal Hast du scheiße gefrühstückt Oder so Yeah Thanks for nothing You shit fuck Halter Danke Geht doch Fahr halt rückwärts Ist mir auch An sich Ist mir scheißegal Ja Ja Weil hier muss ich längst Genau By the way Auch hier der Hintergrund Das ist einem Fällt einem immer so Nicht auf Aber Gott Der Hintergrund Sieht echt geil aus Gar nicht mehr in Erinnerung Gab das Dass das Spiel solche Hintergründe Ich wusste hier gar nicht lang Ist der Okay Okay This is This is special And I need it I guess Oh wow Das Ich hätte es nicht mal gebraucht Das ist also I'm confused Yes Ich habe Sonne gegessen Wo soll ich denn hin Einfach weiter Muss ja Hä Where the fuck Do I need to go What Ja gut Dass das Spiel Keine Zeit damit hat Ja Hä Hä Game I don't get you Right now Nani Moment Warte Fehlt mir da ganz zu Anfang was Auch nicht Boah alter Sonic Du gehst mir echt auf den Piss Mach weiter deinen scheiß Film Ja Übersetz weiter Fucking gotta go fast Mit Bruder muss los Du klopps Ja ich glaube ich habe den Schlüssel da Einfach nicht Oh alter I will fucking bum rush everything Es ist mir scheißegal Ich brenne euch hier nieder Geh nochmal zum Anfang des Levels Du dummer Spasti Ist uns scheißegal Dumm Das ist mal dummes Design I didn't do that I didn't do that Du fucking Hang Hang Fucking Kack Ja Gotta go fast Mit Bruder muss los Ich muss jetzt Es ist eigentlich so peinlich Und genauso Es ist nicht nur peinlich Es ist oberpeinlich Es ist ultra cringe Es ist wie hier Gott Als ob ein Politiker Das übersetzt hätte Ich wollte gerade sagen Ich muss jetzt aber nicht Diese Scheiße nochmal machen Oder Nee Es tut einfach nur weh Es ist einfach nur dumm Jeder der sein Catchphrase einmal gehört hat Weiß Gotta go fast Übersetzt du dich mit Bruder muss los Das ist Das ist Ist halt das letzte Mal Als ich das Sowas Oh Gott Can we skip this Okay da ist Full Egg Full Egg Mehr will ich gar nicht Das letzte Mal Dass ich sowas Dumm übersetztes gehört hab War dieser Tweet Wo irgendwie Ein AfD-Politiker Versucht hat Was Englisches Zu übersetzen Und einfach mal Dumm verkackt hat Für diejenigen Die nicht wissen Worum es geht Irgend so ein Politiker Meinte mal Tweet komplett falsch Zu übersetzen Indem es irgendwie hieß Von wegen A race We must win Also Normaldenkender Mensch Mit Galaxy Brain Würde jetzt natürlich Übersetzen Ein Rennen Das wir gewinnen müssen Und was übersetzt Ein Politiker Eine Rasse Die wir gewinnen müssen Nicht ganz falsch Aber Jeder Mit Nnem Fucking Lobsterhirn Könnte Das richtig übersetzen Jeder Mit dem wohl Basically Basicsten Englisch Das es gibt So das Das basicste Vom basic Englisch Beispiel wo Sonja auf dem Baseballfeld war Im ähnlichen Witz Wow Ich muss grad irgendwie Ne Wall of Text Lesen und Von Fischen Davon laufen Das ist nicht grad einfach Ähm Vielleicht war im Englischen Wird nicht richtig Gezeigt Im Deutschen Fragt In welchem Level Er ist That's so dumb Das kann ich jetzt Gar nicht nachvollziehen Ich hab den Deutschen Hat nicht gesehen Ich hab nur gesehen Dass der Film Mittlerweile Nicht mehr Absolut Scheiße aussieht Was kein Kunststück Ist weil Sonic sah einfach nur aus Wie ein fucking Goblin Wie ein fucking Blauer Hoden Kobold Also von daher Es ist nicht schwer Das irgendwie Richtig zu stellen Aber vor allem Also Ne Ist nicht so schwer So was zu übersetzen Richtig zu übersetzen Vor allem Ja gut Er hat schon so ein paar Zweitrollen Also halt Nebenrollen Gevoice acted Schön und gut Ich glaub Hauptrolle ist noch Ein bisschen zu hoch Für den Jungen Nice Auf dem Level Ist er noch nicht Krieg ich meinen Kündigungsvertrag bitte Die Texte wird er nicht Selbst übersetzt haben Aber da wird Irgend so ein PR Bimbo gedacht haben Oh der ist ein Witziger YouTuber Besser übersetzen Wir fucking Sonics Cat Phrase Mit seinem Cat Phrase Was Absolut Dummes Es ist Der Film geht nun Sonic und nicht Un ihn Kommt der noch Irgendwo Minimal Selbstsüchtig rüber Aber das ist Wieder so ne andere Sache Gut richtig ist das Eigentlich auch nicht Das ist Das ist auch das Falsche Wort Irgendwie Mein Hirn will grad Generell nicht Ich hab ein Billig Regal heute zusammengebaut Mein Hirn möchte heute Nicht mehr Mein Hirn möchte heute Nur noch witzige Yoshi Farben Gott war ich In diesem Level Scheiße Aber das Spiel hat doch noch Einiges vor uns Deswegen müssen wir hier Ne Ich hab grad Marvels Piranha Madness gelesen So aber ich mach danach Nach dem Level hier Mach ich wahrscheinlich Dann mal Ne ganz kurze Pause Einfach mal Um mich Mal kurz was anderes Angucken zu können Basically Avert dein eyes Und Ja dann Kriegt ihr dann Einmal Werbung Womit ihr leben müsst Dann By the way This water Diese Wasseranimation Ne Ich fand das schon immer Irgendwo Faszinierend merkwürdig Unmählich zu sein Weil es ist irgendwie Absolutes 2D Wasser Oh yes Skillshot Sponsored bei Skillshare Okay nicht Sorry Die Wuppdi 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 Ne ja Aber ohne Witz Ich wünsche Mächtig Hätte wieder mehr Zeit Zum Stream Gerade aktuell Habe ich so So viel Bock Auf gewisse Titel Wo einfach ein bisschen Mehr Zeit In Anspruch nehmen würden halt Bloodborne, Final Fantasy 12 ich hätte auch wieder gern Zeit für FFXIV aber ich weiß ganz genau, dass ich keine Zeit für ein MMO hab, also da muss ich nicht groß überlegen wann gibt es eigentlich Schoschmann Merch I think never ich glaube dafür das ist so eine Idee, die habe ich immer verfolgt aber da ist mir aufgefallen, Moment mal, du bist ein fucking no one für die große Masse existierst du gar nicht warum sollte sich eine Fabrikant dazu bereit erklären, Merch für sowas wie dich herzustellen und den auch noch zu verkaufen what the fuck ich meine, so ein paar Ideen hatte ich ja immer mal so ist es nicht this is going terrible full egg ernsthaft das kann ja wohl gar nicht weiter aber by the way, das ist hier wieder relativ gutes Level Design das Spiel bringt dir quasi über das gesamte Level bei dass du auch mal Sachen über Bundle ein bisschen machen musst ne also dass du halt mal das schon mal ein bisschen übst weil für den Boss an sich brauchst du es äh äh sie wollen halt wenn wir einen schnell verkaufen und Reichweite für PR nutzen wenn wir ein Video kennen die Geschichte wenn Aladin und Robin Williams erklärt wird weiß was sowas im Scheiße das laufen kann oh ja oh ja das hat man echt gemerkt also oh warte hab ich oh oh ich weiß wir haben gesagt wir machen das nicht aber ich möchte euch halt ähm ich möchte euch halt diesen einen Trick zeigen wie man diesen Boss skippen kann und da man in Bossfights keine Items einsetzen kann wollte ich mir einmal kurz ein Egg holen äh es gibt im Grunde da kommen wir gleich zu mit Robin Williams ja mhm oh my und so skippt man im Grunde diesen gesamten Boss das machen wir aber nicht weil der Boss ist an sich cool so äh talking about Robbie Williams ähm Robbie Williams hat sich eigentlich damals gesagt äh von wegen ja ich äh ich äh synchronisiere den Genie aber ich möchte nicht dass meine Stimme für PR-Aktion benutzt wird ergo dass äh Disney sagt äh mit Robbie Williams als der Genie sowas in der Art ne das äh wollte er halt nicht they did it anyway basically und dann hat er gesagt so you know what fuck you ihr könnt euch für den zweiten Teil weinanders suchen deswegen wird der Genie im Original im Englischen im zweiten Teil nicht mehr von Robbie Williams gesprochen sondern er ist im dritten wieder das ist so die äh Short Version jetzt auch äh von der ganzen Story ja mach mal wenn du es gerade zur Hand hast das wäre cool weil das Video ist dann echt echt interessant ja und seitdem wird halt immer wieder versucht in solchen Animationsfilmen die Stimme quasi zu verkaufen by the way ich finde das Ding ist super geil animiert ich bin ja immer so ein riesen ich bin ja ein Fan von so thick outlines you know das ist irgendwie ich weiß auch nicht ich mag es und der Boss ist generell ne man muss halt ein bisschen ist ein bisschen anspruchsvoller tatsächlich also von allen Bossen wo dieses Spiel hat ist der Boss hier tatsächlich einer der etwas anspruchsvolleren auch wenn er nicht so viele Treffer braucht wie viele waren das 4 3 4 it's not that hard ja aber das Spiel bringt einem ja in diesem Level gerade diese Rebound Funktion ja so unterbewusst bei wenn man minimal aufpasst oh wow this is a terrible score oh boy hinsetzen 6 so aber damit haben wir dann schon mal die Hälfte des Spiels das ist schon mal etwas hello but it is so verstanden hat dass Disney verkackt und bei Roy Williams entschuldigt hat ja das an sich ist es echt nice weil sie dann echt gemerkt haben so yes we we fucked up big time so jetzt nochmal ganz kurze Werbepause ich muss nämlich mal ich muss meine Augen mal auf was anderes richten oh boy oh boy ich merke schon alles ein bisschen ruhig heute hier was zur Hölle das hätte ich jetzt nicht erwartet ist interessant okay auf jeden Fall wir sehen uns dann gleich nach der Werbepause wieder oder es bouncet bei mir einfach mein Dashboard schon wieder rauf und unter eins von beiden hm in letzter Zeit ist das sowieso merkwürdig wer hat die Animation gemacht das ist von Sketchy sie hat selber zwar gesagt sie ist da nicht so stolz drauf weil ihr ist das irgendwie ist an sich noch zu trashig hat sie gesagt aber ich mag es deswegen ist es jetzt halt mein Pausenbildschirm ich finde ihn süß hm hm oh schade eigentlich ich dachte mit so ein bisschen retro dürfte eigentlich dürfte ja nichts falsch machen hm das ist saddening hey super boy so und äh ja willkommen für diejenigen die gerade Werbung hatten das äh ne ich bin mal weiter mit Yoshi's Achland mit Yoshi's Achland hold on wait what ich check grad mal einfach so nebenbei Twitter weil ich muss mal grad was anderes angucken als äh ne need to see something else dieser Song vor allem hier so im Loop ne alter this fucking Loop ey ja stimmt im Grunde irgendwo passt das mit dem Wackeln von Nugget das ist irgendwie echt süß ne ist echt putzig irgendwie ok mhm Konda ok vielleicht ist es auch heute daran dass ich einfach noch ein bisschen zu früh dran bin normalerweise stream ich ja sonst unter der Woche irgendwie später I don't know ich hätte nicht auf mein Dashboard gucken sollen das frustriert mich irgendwie ich sollte vielleicht mir immer angewöhnen diese Pausefunktion kann ich die hier ausploppen geht das does it work I think it works ja ich kann die ausploppen lassen dann mach ich die mal hier noch mit hin da muss ich nämlich nicht mehr auf mein Dashboard gucken weil das äh äh das deprimiert mich fucking ne ne ich finde das immer merkwürdig weißt du ich denke mir dann immer so ach ja das interessiert bestimmt ein paar Leute und dann denke ich mir so oh das ist schlimmer als wenn ich Yakuza spiele das ist einfach ein bisschen demoralisierend mittlerweile was heißt hier mittlerweile manchmal einfach es ist es gibt denn so Momente wo man wo er das einfach so ein bisschen ne so ins gegen das Schienbein tritt mehr nicht mehr weniger das ist ne außerdem ich bin das irgendwo gewohnt ich kenn das schon so da oh jetzt so langsam so langsam geht das aber mit der Beleuchtung das hat was wie sieht denn das so aus wenn ich das mal hold on a second wenn ich das so hab und dann mal nicht den scheiß Grafik oh das sieht dann gar nicht mal schlecht aus das ist nice ja ist ja gut spiel ich chill ja hier ne meine Güte calm your tits ich möchte doch nur mal ich möchte doch nur dass hier alles schön aussieht weil die Musik in der Seite immer mehr Instrumente gewinnt ja mit jeder Welt äh kommt quasi ein Instrument noch dazu das ist ein nice Gimmick go go Mario achso so ein Level by the way es ist das erste Mal dass Goombas hier in diesem Spiel äh auftauchen vortauchen und sie machen die Dr. Wily Augenbraue ne ja aber das ist dann halt so ähm ne ich weiß ich hasse es wenn ich über Views reden muss aber ich hab immer so das Gefühl ähm das ist denn so das wo weswegen Leute relativ schnell mit streamen oder generell mit YouTube Content wieder aufhören einfach weil es kann echt frustrierend sein besonders wenn du anfängst es ist so fucking frustrierend wenn du schlicht und ergreifend äh nicht an Zuschauer hast ich mein im Chat ist heute wenigstens was los ergo ich hab nicht das gesamte äh die gesamte Zeit das Gefühl ich red mit ner Mauer das ist für mich das Schlimmste und das ist bei finde ich persönlich bei YouTube noch schlimmer einfach wenn ich ein paar Stunden mittlerweile ja in Videos setze weil ich hau ja nicht mehr so viel ähm von diesen Start-Stop-Aufnahmen raus quasi sondern wenn denn Power-Streams oder halt äh ja wie Mario 3 jetzt halt sowas halt wo Leute als äh Blog-Aufnahme tatsächlich genießen können oder halt ähm sonst mach ich halt Videos halt wo ein bisschen wo ich noch ein bisschen dran schneide und alles und dann ist es dann immer umso frustrierender wenn du so null Kommentare kriegst also so null so wenn niemand was dazu sagt ich weiß Kommentare schreiben ist auch ist shit lästig kann ich verdammt gut verstehen ich schreibe auch sehr äh relativ selten Kommentare meistens entweder nur ähm meistens hab ich entweder nur bei Mats oder bei Rüdiger immer so Kommentare hinterlassen bei Rüdiger jetzt äh versuch ich es immer regelmäßig ich versuch mir das angewöhnt immer mal dann und wann Kommentare zu hinterlassen einfach weil ganz ehrlich das ist das was einen noch so ein bisschen am Leben erhält das ist so ein bisschen das was die äh Connection zwischen dem Produkt ja gut dem Video und dem äh dem Kunden dem Zuschauer basically näher bringt weil sonst ist es einfach nur das ist ein Typ der mit einer Wand redet und dieser Gedanke singt wo echt deprimierend irgendwie shit's weird ne einer von euch muss mich mal aufhalten gerade ich laber schon wieder scheiße shit goblin ist der Gaudi ja eh noch da er war vorhin hier da ist er rubbeln bei rubbeln ist er wieder da das merken wir die nächste welt mag ich überhaupt nicht welt 5 ist so meine ja basically meine hasswelt ich werde hier auch mal aktuell versuchen ein bisschen was war das denn mal versuchen nicht alles holen weil ich weiß ganz genau ich werde sowieso nicht hinkriegen von daher mal ein bisschen turbo machen er wollte doch über was anderes reden ja rubbeln geht immer ich kann auch über boobies reden ich ne ich 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 ne ne ich ne Ich werde mehr darauf achten, mehr Kommentare zu schreiben. So, jetzt ohne Witz. Ihr müsst euch nicht genötigt fühlen jetzt deswegen. Nur weil ich das jetzt gesagt habe. Um Gottes Willen. Das ist halt so meine eigene Intention. Wenn ich irgendwie Videos gucke, wo aus dem deutschen Bereich kommen. Weil im Englischen weiß jemand nicht mal in Englisch. Ich kann Englisch reden, aber Englisch schreiben ist so eine Sache. Meine englische Rechtschreibung ist absolut schlecht. Kürzen wir das mal ein bisschen ab. Das Level ist hier glaube ich ziemlich cool, wenn ich mich nicht irre. Mein gut, wir bumrushen jetzt alles so ein bisschen. Was nicht heißt, dass die Level nicht schön sind. Um Gottes Willen. Lässt du das in Ruhe, du Goblin? Ich brauche mal Full Egg. Ja, okay, wow. Superboy sieht es richtig. I love all boobs. Ich nehme das nicht raus. Das bleibt hier. Also, ne? Just. Ne? Accept unnatural. Curse them. Yes. That's right. Ich habe an falsche Brüste gedacht. Das macht mich wütend. Ah, ich sehe, Gaudi ist ein Mann von Kultur. Aber yes. An sich, jede Größe ist richtig. Natürlich gibt es auch zu groß. Besonders wenn sie fake sind. Dann ist es einfach nur disgusting. Mein Dude, vielen Dank für's Followen. Mein Willkommen dem, jetzt wo ich das mal so vorher noch mal gesehen habe. Wir kommen dem 3K-Follower-Special immer näher. Und ich habe mir da echt so ein bisschen was zusammengedacht, wo ich machen möchte. Ich möchte, dass das mal wieder ein Special wird einfach. Also halt ein besonderer Stream. Lukua ist die gute Grauzone. Kann ich verstehen. Mein, sie hat viel. Aber es ist an der Grenze zu zu viel. Sie kratzt an der Grenze von zu viel. Almost too, dude. Aber ich meine, ihr wisst ja, Smash ist für gute Jungs und Mädchen von allen Altersklassen. Deswegen ist Mai nicht dabei. Schade, ich dachte, der trägt mich jetzt ins Ziel. Für Frauenrücken einfach schrecklich und tut nur weh. Das ist, ja. Das ist true, aber... They're so hot. So fucking hot. That's stupid. Wie kann etwas so Simples so hot sein? Ne? Wir verstehen uns. Hate for huge and hot. Basically, yes. Ach, der. Ach, das Level. Oh, Gott. Oh, das Level hierzu ist... Oh, Gott. Das ist ein HH. Ist das überhaupt eine Größe? Was ich nie verstanden habe. Warum gibt es Doppel-D? Aber von den anderen Buchstaben gibt es keine doppelten Varianten. Oder sehe ich das falsch? Das ist quasi Gewebe, aber hot. Yes. Oder sehe ich das falsch? Gibt es sowas wie HH? Aber da müsste es ja auch GG geben, oder? Ach, Doppel-D gehört ins komische amerikanische System. Ach so. Ach, so ist das. Das ist so eine Ami-Sache. Also gibt es quasi kein Reg... Äh, gibt es kein... Im Deutschen kein Doppel-D. Es ist nur so... Doppel-D und dann E. E, 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 E. Thick. Und wieder was über Brüste gelernt. Sehr schön. Während wir fucking Yoshi's Island spielen. Das ist, äh... 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 My life just escalated again. Talking about Tits and Yoshi. This is it. This is a prime life. Ooh, frames. Und O in US ist UKK. What? Wait, what? For a car? What the fuck? Alter. Was muss das für eine Größe sein? Das ist ja schon Hentai-Level. Warte mal, die Mischung hier, die wir hier echt fahren, ist merkwürdig. Tits and Yoshi. Zu groß meiner Meinung nach. Ja, ja, car ist dann... Das ist ja wirklich, wie gesagt, das ist ja Hentai-Level. Das ist ja schon nicht mehr... Das geht ja schon über den Körper. Also ja, von wegen. Und es gibt zu groß. Und basically, this is too groß. Rückenbruch-Level. Basically, yes. Das ist dann quasi wirklich... Ne, mir tut der Rücken weh-Level. In Animes ist alles möglich. Meine Theorie ist auch, in Animes sind die auch nicht gefüllt. Das sind einfach nur Airbags. Deswegen haben Anime-Frauen auch nie Rückenprobleme. Boah, ich brauch mal ne Jacke, mir ist grad irgendwie... I'm getting frosty right here. Getting fucking frosty. Ah, yes. That's the spirit. Alles über E ist zu viel. Ah, eh, 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 E. Ja, doch. Ich kenne wen auf Twitter, der hat diese Größe. Deswegen habe ich ja auch erwähnt. Wait, what? Heieieieiei. That's brutal. Das ist noch kein... Dass man sich noch nicht gesagt hat, so... How about... Not. Dieses Team ist in eine sehr merkwürdige Richtung gelaufen. Das ist ein Stream für horny Boys und Girls of all ages. Bleh. Und Yoshi-Fans. Was ist aus diesem Stream geworden? Ne? Das ist, das ist, das ist... It's a bit weird. Oh, shit. Oh, fuck. Ne mal, dat Ding. Die sind sau teuer. Das ist Unterwäsche. Warum kostet das dann die 50 Euro? What the fuck? Das ist ja... Das ist ja Wucher. Das ist ja richtig, Abzocke. Oh mein Gott, hält das lange. Weißt du, ich hab zwar gesagt... Komm, lass mal das Thema wechseln. Aber meine Güte, das wird ja echt problematisch hier mit euch. Jesus. Jesus. Das ist echt, ne? Manchmal diese Kasten bestellen. Das ist, als ob du zu große Füße hast. Nur... With tits. Ich hab schon große Füße. Ich mein, ich hab 49. Eigentlich 48. Aber es kommt immer auf den Schuh an. Fachgeschäft. Solche Fachgeschäfte. Wow. Oh, wow. Got a bit crampy there. Ich hab 45. Ich hab große Füße. Hab ich Egg? Ich hab Egg. Ich hab Tee, mein ich. Egg hab ich sowieso nicht mehr. Donnernde Mastermade Smallboobs. Ja, natürlich. Um Gottes Willen, das sag ich auch gar nicht. Kleine sind genauso gut. Beziehungsweise können genauso gut sein. Es ist viel wichtiger. Also, ne? Wie gesagt. Es gibt sogar richtige Beratung. What? Ne? Wie gesagt. Also, solange sie real sind, ist alles gut. Sofern es fake ist, ist es einfach nur... Ich weiß nicht. Ich glaub, da bin ich nicht alleine. Und ich verstehe auch nicht, warum... Beziehungsweise, ich hab noch keinen einzigen Mann gesehen, der sich gedacht hat, boah, yeah, fake tits, yes. I need this in my life. Hab ich noch nie gehört von jemandem. Das fühlt sich wahrscheinlich so an, als ob du eine Grapefruit in der Hand hast oder so. Aber eher so eine Grapefruit out of season. So nach dem Motto, das Ding ist steinhart. Oh, das wär cool geworden, fast. Wenn sie real sind und bitte nicht nur Gesundheitsprobleme sorgen, ist alles gut. Ja, das ist, äh, das ist auch wichtig. So ein gewisses, so ein gesundes Mittelmaß. Kirby? Wie kommst du jetzt auf... Wie kommen wir jetzt von... Von Yoshi auf Titten auf Kirby? Was ist das für ein Stream? Was? Was ist los mit diesem Stream hier? Warum macht der nur Unterhosen an? Der war... Der war bereit für No Nut November. Alter, Mann. Das ist, äh... Oh, boy. Ach, nee. Das muss hier hin. Der Boss sah aus wie Kirby. Ach so, darum ging's. Ich dachte, wir machen jetzt hier einen fucking... Sprung von, äh... Von Yoshi zu Titten zu... Zu Kirby. Das wär der merkwürdigste Übergang überhaupt. D bis F, ja. Da, da kann ich mich drauf einigen. Ich kann mich da generell drauf einigen. Also ich bin da, ne? Solange es der Person damit gut geht. Das ist das Wichtigste. Und die Dinger real sind, wie gesagt. Gesundheit zuerst. Dann, äh... Nach dem Motto der Reality Check. Ist das tatsächlich noch Gewebe oder kann das weg? Ich hab ernsthaft Wubi-Toff verpa... Ja. Wat? Sag ich, warum sagst du Ui? Was ist so Ui? Have I missed the Ui? Ui, gleich ja. Ach, Ui. Das ist mir so ein Ui. My life is weird. Ich glaub, wirkt... Ja, das glaub ich auch langsam. Ich glaub, Boobytalk vernebelt meine Sinne. Weil ich es kann. That's a good point. Da hab ich sowieso nix, äh... Da kann man sowieso nix gegen sagen. Das ist in manchen Staaten illegal. Es vernebelt deine Sinne. Enough to make a man... äh, make a man mad. Oh, wow. Echt jetzt? Ich treff genau den ein. Ich dich auch, Draghi. I got thoughts clouded by boobs. Wieder um Größen... Ja, im Grunde... Ne? Um es zu kurz zu fassen. Äh, ne? Solange sie echt sind und solange sie nicht gesundheitsschädigend sind, sind sie die Besten. Egal welche Größe. Basically, yes. Das ist, wenn wir in diese Sparte abdriften. Für die Leute auf YouTube. This is a video for, äh... Horny boys and girls for all ages. Please respect that. Da war full egg. Scheiße. Krieg halt nicht full egg. Mal gucken, wo war das hier nochmal? Ich glaube, war ich ja nicht. Äh... Ja, stimmt. Im Grunde kamen wir von Kaffee... Ne, von Yoshi auf Kaffee auf Bubis. Das ist im Grunde der Chat-Log hier. Das ist ein sehr merkwürdiger Chat-Log. That's how small talk works. That's how small tits work. Okay, sorry. Jetzt mal ohne Scheiß. Warum müssen wir im Stream ständig über Titten reden? Das... Es ist echt... Ablenkend irgendwo. Seine eigenen Gedanken sind dann auf einmal gesamt woanders. All you see is tits. In a Yoshi game. Das Schlimmste ist, ich könnte... Wenn ich das nachher auf YouTube hochlade... Ich könnte die Scheiß aus dem Ganzen raus clickbaiten mit Bubis und hast du nicht alles gesehen, ne? Also... Aber dann... Ich glaube, da kann ich meinen YouTube-Kanal wirklich komplett in die Tonne treten. Ey, es wird wahrscheinlich angeklickt werden. Einfach because of boobs. It's boobs. That's the plot of a game. Eggs and boobs. Ich wollte nur das Positive als Thema nutzen, Shadow. Ich weiß, aber... You can't do this to a man like me. I work a lot. I'm stressed a lot. Geh mal weg. Geh mal weg hier. I'm a busy man, you know? I have a lot of thoughts. Und ich meine nicht thoughts, sondern... Ja, weil Plot. Der Grund, warum Leute Animes gucken. Weil Plot. Plot. Gibt's genügend GIFs. Ihr wisst genau, was ich meine. I know your pain. You don't know my pain. You don't know my suffering. You cannot understand me. Hey, Sota. Wobby, wobby, wobb, wobb. De Schorby, dobti, wobb. Ich glaube, ich kenne das Level. Das ist gar nicht mal schlecht. There we go. Wir hätten das Thema ja schon privat. Yeah, and no. And yeah. And kind of. God damn it. God damn it, you guys. Now I got ice clouded by hate. Und die einzige Frage, die ich mir jetzt noch stelle, what's that smell? It's boobs. Ich meine, it's blood. It's blood. Stimmt, das Level hieß im Deutschen einfach nur auf und ab. Next Level Speedrun. Rückwärts laufen. Wir können jetzt auch eine Lady mit L-Cups. How does this look? Ohne Scheiß. Anime zählt nicht, ne? Also. Ich meine, ich habe schon welche groß gesehen. Aber L? Ich glaube, das war eine dumme Idee. Oh Gott. Nope. Echt. What? L? This doesn't seem legal. Yopa! What the fuck? Yoshi got yeeted. By the way, ich spiele das. Ich spiele normal gerade durch, ne? Nicht mal wirklich gut. Ich habe 56 fucking Leben. Größe, ey. Das ist das halbe Alphabet. How? How does it work? Wie lebt... Kann diese Frau leben? Spielt sie in Hentai-Smith? What? Und warum crack dieses Baby da so hinter mir so brutal ab? That's not good. Danke, Mauer. L for legal. I find this hard to believe. I find this really hard to believe. Oh boy. There we go. Yeet. Ich finde es auch immer schön, wie diese Babys schlicht und ergreifend sich ins nächste Universum yeeten. Das Spiel ist ja auch für Kinder und ich verwachte... Ja, das stimmt. In dem Punkt ist es vielleicht sogar ganz gut. Ich habe immer noch saukalte Hände, obwohl ich jetzt mittlerweile schon eine Jacke angezogen habe. Oh, this fucker. I remember this fucko. Hookbilde Cooper. Hookbilde fucking Hooker. Das ist etwas zu groß für meine Verhältnisse. Okay. I don't even ask. Wenn jemand L sagt, muss ich sowieso unweigerlich an fucking Hentai denken. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen, dass das möglich ist. Oh, nö. Warte, ich glaube, dieser Lava-Blob, der killt einen Instant. It's one of those days. Ich muss mich noch mal daran erinnern, wie war dieses Level hier nochmal. Ach so, der guckt Hentai ist. Who doesn't? Das ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Ich habe so ein Sprichwort. Everyone has a fetish. Und solange es nicht irgendwie mit Kindern zu tun hat, außer Lollis. Lollis ist eine Grauzone in vielen Punkten, weil es dann immer heißt, ja, die ist in Wirklichkeit 3000 Jahre alt. Und so it's a fucking Granny at some point. Ähm, nö. Whatever gets your nuts off. I don't judge. Also ich habe schon eine Menge merkwürdige Fetische gehört mittlerweile in meinem Leben. Aber ich sage mir mal, nö. If it gets you off. Why not? What's the problem? Edgy Comedy. Du guckst Hentai for Plot, oder was? Ja, solche gibt's auch. Kann ich nicht verstehen, zum Beispiel, aber ich akzeptiere sowas. I'm not judging. Und ich weiß, dass auf dieser Welt ein Haufen fucked up shit existiert, basically. Um Gottes Willen. Heben das seine. Whatever busted, you're not. Ich meine, wir sind generell schon als Gesellschaft mittlerweile zu verknotet in unserem eigenen Scheiß. Man muss ja mittlerweile schon aufpassen, was du sagst, weil du Angst haben musst, irgendjemandes Bubble zu bursten. Muss ich hier lang? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube... Fuck. Es gibt auch Leute, die haben den Fetisch Shadow an der Kasse zu nerven. Oh ja. Die Leute kenne ich. Die habe ich besonders gefressen. Das ist ein merkwürdiger Fetisch, so. Gesellschaft wird immer brüder, ja. Deswegen, ich weiß, dass ich hier... Wenn ich hier solchen Talk mit euch anfange, ne? Über sowas. Ich weiß, dass ich mich an sich damit in Teufelsküche begebe, weil, ne? Ist es in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr gern gesehen. Und es ist überhaupt nicht mehr gern gesehen, dass jemand so offen darüber redet. Aber ich denke mir immer so, Digga, warum schämst du dich dafür? Warum machst du da so ein... Oder halt auch Kinkshaming? Oder halt auch Kinkshaming. Kinkshaming ist auch so ein Ding. Warum machst du da jemanden nieder, der einen anderen Kink hat als du? Vor allem, wenn das denn Leute sind, wo selber wahrscheinlich irgendeinen merkwürdigen Kink haben. There's some weird shit out there. Also ich sag euch dat. Ich liebe diesen Raum hier, by the way. Zum Beispiel, ähm, vor Yakuza, also Yakuza 2, Kiwami 2, um genau zu sein, wusste ich nicht, dass es sowas wie Ageplay gibt. Das hab ich quasi dadurch erst mal gelernt. Und ja, es ist fucking weird. Es ist brutalst weird, yes. Aber meine Güte. If it rocks your nuts, why not? Wenn es dabei hilft, dass du ein bisschen stresslos wirst in deinem Leben, warum nicht? Stress ist ungesund. Stress wirkt sich auf deine Mitmenschen aus. Stress wirkt sich auf deinen Körper aus. Auf dein geistiges Wohlbefinden. So why the fuck not? Ne? Was Gaudi sagt. Ne? Ist nicht unbedingt das Normalste von der Welt, aber warum soll es einen stören? Also, ne? Wenn ihr einen Soldat aus diesem Stream mitnehmt, never kingshame someone. Das ist so unhöflich und scheiße. Sonst endet ihr wie der hier. Ich meine, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an, ne? So endet ihr dann. Genau so. Dann seht ihr so aus. Ne? Höchstwahrscheinlich kingchampt der hier, Leute. Boah, trotzdem mag ich diesen Boss irgendwo. Ich meine, man muss ja mal sagen, ich weiß grad, die Sub-Story nicht mehr so wirklich im Kopf, ne? Aber hat Kiryu in dieser einen, mit dem Windeltypen, hat er da irgendwie gesagt, so von wegen, das ist, äh, das ist scheiße und so? Also, ja, ich glaub, er hat nur gesagt, das ist nicht sein Ding, ne? Ergo, ne, das ist nicht so sein, sein Stick. Ich hab grad den gesamten Kontext nicht mehr im Auge, äh, im Kopf, aber ich mein, er hat da auch gesagt, so, ja, das ist definitiv nicht meins. Und der hat dann gesagt, so, what the fuck is wrong with you? Das ist gut, die schlimmste Welt von allen. By the way, es kommt wieder Musik dazu. Er hat gesagt, dass du, Leute, deinen Fetisch nicht aufzwingen sollst. Ja, stimmt, das hat er gesagt, wegen seinen, äh, wegen den Leuten von ihm. Aber wenn dein Chef sagt, dass du ne Windel tragen sollst, dann trägst du ne Windel. Und da hat Kiri auch wieder verdammt recht. Er hat sogar ein Zero-Mädchen-First-Kingshaming zusammengeschissen. Ach ja, stimmt hier. Boah, aber ganz ehrlich, ne, so sehr ich diese Welt an sich auch nicht will, wie ich mag, wegen manchen von ihren Leveln. Vom Design her, ne? Echt schön. How? How do you do this, little guy? Wie? Kotzt einfach mal ne Kugel aus, die größer ist als er. Kinder, das passiert mit euch, wenn ihr Leute kingshamet. Ihr müsst minütlich ne Kugel auskotzen, die größer ist als ihr selber. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Kingshaming is my king. Ja gut, das wäre dann natürlich, äh... Gott, darüber haben wir nie nachgedacht. Was ist, wenn Kingshaming da ein Kink ist? Das ist... Oh wow. Das ist ne merkwürdige Materie. Und das ist ein Pinguin. Das sind zwei tote Pinguine. Ich hab mir über die Dinge zu viele Gedanken gemacht. Ja, das, äh... Gedanken machen ist ungesund. Genau wie Stress. Stress ist auch nicht gesund. Generell auch hier mit dem Nebel. Halt, das sind so Sachen, die sind mir damals nie aufgefallen. Beziehungsweise, das sind immer Sachen, die man so... Ich sag mal, die nimmt man so für voll. Also man, man erkennt es nicht wirklich an. Aber so dieser Nebel im Vordergrund. Relativ simpler Hintergrund. Dann darfst du einfach hier mal auf der Straße fängen, meine Person geholfen. Ja. Okay, das stimmt auch wieder. Der Pinguin hat definitiv durchgespielt. Aber ja. Heutzutage ist jeder ein fucking Priester. Geht das nicht? Mögt ihr das mal lassen? Pingu, fuck. Gott, der Stream ist schon wieder merkwürdig heute. Super weird. Na nie. Ne, das ist mir, was mir halt auch mal aufgefallen ist. Kommen wir es nur so vor, oder wird es halt in letzter Zeit oder generell immer mehr, dass... Dass man Animes und... Especially Hentais du überhaupt nicht mehr mögen darf. Weil du sonst einfach nur an die fucking Wand gestellt und angeschossen wirst. Oder kommen wir es nur so vor. Sonst heißt es dann mal die Instin sofort Ultra Weep. Und ich denke mir so... Digga, what the fuck? This is King Shaming and that's not okay. Ich meine, gut, wenn du Animes und so nicht magst. That's one point. That's okay. Das kann man auch verstehen, aber... This is King Shaming. This is not okay. Der ist ein Bumpties. Pinguiner ist ein Bumpties. What the fuck? Ist das Gummilöde dabei? Ich meine, was Animes angeht, bin ich an sich auch mega picky. Also ich gucke auch nicht alles, was neu rauskommt, um Gottes Willen. Aber wenn ich eine Serie gefunden habe, die mir gefällt, dann gucke ich die auch durch. Wie gesagt, ich bin da halt picky. Zum Beispiel, wenn die Serie mich nicht in den ersten ein, zwei Folgen fängt, ist es Game Over. Dann gucke ich auch nicht weiter. Es ist mir egal, ob die Serie nur zwölf Folgen hat oder nicht, dann gucke ich nicht weiter. Zum Beispiel... Oh, wo warte ich das denn? Mir ist es noch nicht passiert, aber maybe. Ich bin mir dabei, glaube ich, weniger Arme. Ich lese oft Mangas. Ich bin halt lesefaul, muss ich sagen. Ich bin halt sehr lesefaul. Und besonders lese ich nicht gerne am PC. Das ist für mich einfach zu unangenehm. Wenn ich lese, möchte ich dann lieber was... was physisches in der Hand haben. Verstehst du? Na, mich stört das denn immer. Besonders das so schwarz-weiß auf dem Bildschirm. Wenn du denn eine Story hast, wo dich wirklich interessiert, dann finde ich, geht das immer sehr schnell auf die Augen. Aber das kann auch sein, dass das für mich ein persönliches Problem ist. Weswegen ich eher so zur Anime-Fraktion gehöre. Und da ist dann halt auch so der Punkt, der Art-Style muss stimmen. Kannst du da ein Hentai lesen oder was in der Hand haben? This is something different. That's the difference. Sowas geht auch nicht hier über mehrere Seasons. Okay, ich nehme das zurück. Es gibt auch Sachen, wo über 10 Seasons gehen. Hast du nicht gesehen? So yeah. Ich will auch mit. Wurde so angeguckt, als wäre es ein Alien. Da lese ich einmal Chat und wurde fast von so einem Penguin über Bord geworfen. Eat coin. Oh boy. By the way, man kann, wenn man auf so einer Plattform steht, kann man springen und das Ding fährt mit. Das ist mir so nie aufgefallen. Das ist jetzt mein Lift-Schnee-Mann. Peace off. Bring mich ins Ziel, Lift. Dankeschön. Alter. Es ist heute nicht mal so kalt. Ist ja der Punkt. Es ist nicht mal wirklich so kalt heute. Aber mir frieren gerade die Hände. Alter, what the fuck? Plus Null. Eins plus Null. Habt ihr Schnee? Ne, tatsächlich noch nicht. So kalt ist es dann doch noch nicht. Also wir sind noch im Plus-Gebiet. Also halt Plus-Grade. Fisch verpiss dich. Fisch. Fisch verpiss dich. Fisch verpiss dich. Teddy schörst du's für eingeladen Interesse. Och. Ich meine, es soll jetzt die nächsten Tage noch regnen, aber Schnee ist, äh... Ich weiß generell nicht. Wir hatten die letzten Jahre immer unglaublich wenig Schnee. Halt die Fresse. Das Ding kann einem wehtun. Ja, das wusste ich auch vorher nicht. Das ist mir auch neu gewesen. Was ist denn, Pingu? Mr. Freezegood? Das ist ein putziger Name. Schnee, Mann. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Beziehungsweise wir hatten auch nie wirklich so viel Schnee, dass man das mal machen konnte. Beziehungsweise wenn, dann war der Schnee scheiße. Das war denn entweder so absoluter Pulverschnee, also überhaupt nicht geeignet für sowas. oder halt, äh... Ja... Das ist weird. Schnee und all sowas hast du echt selten hier gehabt mittlerweile. Letztes Jahr musste ich einmal Schnee schippen. Ein einziges Mal. Weil da tatsächlich... Weil wir da tatsächlich Schnee hatten. Und zwar so viel, dass ich die Auffahrt wegmachen musste. Aber sonst... Nie wirklich Schnee. Leider. No, 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 no immer mehr als genug Schnee. Kannst gern was abhaben. Och, ich mag Schnee eigentlich. Ich meine, ich bin auch jemand, der sich sagt so, boah, wenn ich Urlaub machen würde, ich würde lieber irgendwo hinfahren, wo kalt ist. Anstatt irgendwo hinzufahren, wo fucking warm ist. Weil kalt, du kannst dir immer was überziehen. Du kannst immer irgendwie... Ne? Und wenn es irgendwie was ist, also halt irgendwie ein Ziel, wo halt sehr kalt ist, dann gibt es auch mehr als genügend Möglichkeiten, sich da aufzuwärmen. Das ist dann ja da halt dann für gedacht auch. Sowas wie basically Skiurlaub. Was ist eigentlich mit Nintendo spielen und Pinguinen, die sterben müssen? Und diesen komischen Eisgeräusch. Was im Grunde das Geräusch von den Mäusen ist. Hey, Midna. Oh, this part. Der Part, in dem man in Romhacks unglaublich viele Leben verliert. Wir haben irgendwie ein Romhack gesehen, wo er auch so ein Level hatte und das Level war einfach nur asozial schwer. Oh, das ist ja hier. This part, yes. I remember this shit. I remember this bullshit. Gut, dass ich noch 61 Leben überhaupt. Ich vergesse mal, wann das ist. Das war wahrscheinlich ein Kaizo-Hack. Es gab ein... Also ich weiß, dass hier von Kaizo-Hacks existiert, von Joshi Silent halt. Und dass der fucking schwer und fies ist. Und so. Fucking hell! Nee, ich hab gesagt, ihr macht das nicht. Mann, aber es ist so verlockend, weil diese Stelle ist bullshit. Oops. Lass dich stolpern? Echt jetzt? Ist das die Weg, zu tun? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das hinhaut. Oh. Das hat nicht funktioniert. Hm. Das war der falsche Stein, ich weiß. Das war halt kein Kumpelstein, ja eben. Was Gaudi-Mann sagt. Ich lass mich mal von dem großen Stein dann stolpern. Ich kann mir jetzt mal nicht vorstellen, dass das großartig funktioniert. Aber gut. Versuchen wir das mal. Weil sonst wüsste ich echt nicht, wann du da springen sollst. Ups. Oder so. Das geht auch. Das geht auch. This works too. Nice. Dabei bin ich jetzt gerade eher durch eine fucking Rakete gestolpert, als alles andere. Oh, Gottes Willen, ey. Das sind auch nur meine Hände, der Rest geht. Nur meine Hände sind kalt. Der Rest ist total cool. Oh, this level. This fucking stage. Sluggy. Sluggy, der Unrasierte. This level shucks. Auf das level hatte ich damals als Kind immer nie Bock. Sogar kein Bock. Möbius Fester. Ey, das Ding heißt Möbi. Das ist genug Grund, ihn zu hassen. Er heißt fucking Möbi. Bäh. Boing. Das haben wir jetzt schon drei Stunden. Jesus. Das Speedrun wird das hier nicht, ne? Aber das ist ja euch hoffentlich bewusst gewesen. Zumal ich glaube, Any% Speedrun liegt bei irgendwie... Gott, bei wie viel dichter? Zwei Stunden? Ne, eine Stunde irgendwas? Ist das hier optional? The sure smells optional. Ach ne, das... Hier musste man längs. Speedrun. Bruder muss los. Ist das eigentlich Pudding? Nein, der ist unrasiert. Sag doch seinen Namen. By the way, warum haben diese Fledermäuse so weiße Punkte immer hinter sich? Das habe ich nie verstanden. Und this part. Er sieht immer so aus, so nach dem Motto... Oh, I don't know. Hat die Fresse jetzt. So. Yeah, this part. Oder? Ne, doch noch nicht. Gleich. Ja, da unten ist ein Secret. Man muss da denn halt bei dieser Brücke unten längs... Oh ja, this part. This part is shit. Man kann irgendwie, äh... In Speedruns ist der Part hier immer sehr interessant. Weil meistens sind sie dann so nach dem Motto, alter, ich brauche diesen Typen nicht. Und dann flappen die eigentlich so durch die Gegend. Und das ist dann immer megamäßig interessant, wenn sie es dann verkacken. Okay. Okay. Sterne essen. Sterne essen. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Oh, ho, ho. Saved. Saved since Speedrun. Es ist nicht mein Speedrun. Oh, fuck it. Saved. nicht mal voll Oh Gott, das habe ich jetzt fast, ne? Gott, Angel schickt mir was I'm hit by a feeling I'm high on believing Don't you dare Okay Diese Stelle zieht sich einfach so unglaublich lange, ne? Ich ziehe gleich nochmal ein Ja Ich habe gerade echt gedacht, das wäre so der letzte Save for den Boss gewesen 100% Save for Work, mit Sicherheit Ah, Yoshi, oh fuck Full Egg I swear, okay, gut Ich wollte sowieso gleich nochmal kurz Werbepause machen Ah, der hat voll sein Gesicht eingedrückt An sich ist der Boss ja auch relativ interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt Du musst halt immer Die selbe Stelle treffen, um ihn zu treffen Also halt, um ihm Schaden zuzufügen Sonst schiebt er dich halt irgendwann weg Dann läuft er einfach aus Das würde mir stinken Okay Mensch, so sieht das aus, wenn man wirklich Rushed So, ähm That's the wrong one So, ich will mir jetzt mal Ne? So, einmal gebe ich euch nochmal Werbung Ihr müsst da jetzt also nochmal kurz mitleben Ich mache euch aber nur eine 30 Sekunde Werbung Und dann geht das gleich weiter So, Angel, was hast du da? Save Heute gestreamt in a nutshell Boobs Yes Wo hast du dieses alte Bild von mir her? Oh mein Gott Da hatte ich ja noch Diese Haare This picture is old This is very old Und meine Güte, sieht mein Face daran klumpig aus Alter, ist das ein schreckliches Bild von mir Oh boy Du willst das aussehen? Ne, ich schäme mich für mein Aussehen I look hideous Wieso ist Keanu Reeves in den Tränen? What the fuck? Äh, so Uiuiui, Tiffi Aber er hatte recht Angel hat mir tatsächlich Es war tatsächlich safe for work Es waren keine Level L, äh Boobsgefahr Weil ich gerade keins per Pfanne hatte Ach komm schon, zeig's Ne, das sieht doof aus Ich seh da doof drin aus I'm looking stupid Das Bild ist uralt Das muss Drei Jahre? Vier Jahre? Mindestens Da hatte ich noch blonde Spitzen Also, ne Level L Level L Boobsgefahr Ja, genau Exactly Kern Reeves im neuen Spongebob-Film Und ich liebe es What? Könnte ich auch noch posten Ich schick's mir privat Das ist noch am sichersten Ich sag ja, also Level L Weißt du, in One Punch Man ist das denn schon wieder irgendwas Weltzerstörendes Irgendwann mehr drei Jahre Ja, das kommt hin Vor drei Jahren hatte ich das auch noch Seitdem färbe ich mir die Haare nicht mehr, weil Nö Möchte ich nicht mehr Das ist nicht mehr so mein Mein Stick Alter Nur meine Hände gerade I don't get this Er ist auch relativ roh What the fuck Die heißen Goonies Wait, what? What the fuck is a Goonie? Die Goonies Wunderbar Sorry, dass ich Die, die Moven Die heißen Achso Thanks, Möwe Oh Hello, my dude Vielen Dank dir fürs Folgen Ich hätte mir mal irgendwie einen Tee machen sollen Oder so Flowy Ja, natürlich Flowy Reden ist schon wieder schwierig Ich merke das schon Joshi Das, das rechne ich dir gerade hoch an Er hat seinen Flabber nicht gemacht Obwohl ich wollte, dass er seinen Flabber macht And this is why I did I died Na, ist er nicht so weit Das wollte ich, dass er das macht I got nothing in this level Nothing except fucking cold hands Tee? Oh, man wird hardcore Ich trinke gerne Tee eigentlich Ich müsste halt mein, äh Mein Teeregal mal wieder vernünftig aussortieren Weil, ähm Ne, Tee Ist, äh Ist zwar schön und gut Aber irgendwann schmeckt dein Earl Grey nur noch nach Earl Wenn ihr versteht, was ich meine Welcome to Cloud World Oh, welcome to Scrolling Level Welcome to the longest five minutes of your life No, no, no Oh, aber ich sag euch Weißt du, jetzt hab ich zwei Tage frei gehabt, ne Also halt gestern und heute Und die freien Tage, die vergehen immer so unglaublich schnell Also da hat man jetzt mal zwei Tage frei Und es verging unglaublich schnell Aber dann so die Arbeitswoche, die will dann immer nicht vergehen Immer gut, jetzt meine jetzige Arbeitswoche, die kommt Die ist auch nicht, äh Wird auch nicht so lang Also normal lang Ist das nicht immer so? Ja, es ist immer so, ich weiß Aber, ähm Meine letzte Arbeitswoche war sieben Tage durch Das ist immer Ich find, das zieht sich immer Sieben Tage durchgehen, arbeiten Das ist lang Halt die Fratze Ich sag's dir, Mario Ich hab keine Skrupel, meine eigenen Regeln zu brechen Wegen dir Weil das dauert mir hier definitiv zu lange Das ganze Level jetzt gleich nochmal zu machen I'm not doing this Oh, it doesn't stop Fucking Scrolling-Level, ey Brauchen EW Das Schlimme ist, ich weiß Ein Scrolling-Level kommt noch Und das ist noch länger Und noch langsamer Deswegen hab ich auch keine Skrupel da Äh, zur Not Den schönen hier Zeit- und Raum-Kontinuum-Trick zu benutzen Das ist ein Level in der letzten Welt Und das ist absolut ätzend Es gibt ein wesentliches... Ja, das meine ich Das, ähm, in der letzten Welt Das, äh, Scrolling-Level is fucking atrocious Oh, danke Weil das Level ist dann irgendwie so ein... Ja, in der Höhle Ein Scrolling-Level Und das hört noch weniger auf Ach ja Es gibt Ballons Da war ja was Meint ihr damit ein Bonus-Level? Ein Bonus-Level ist ein Scrolling-Level? Kannst mal sehen Ich hab die Bonus-Level so weit... Ich bin da nie hingekommen War ich immer zu schlecht Hey, Lord Stroot Das erste sogar? Echt? Das war ein Scrolling-Level? Schnauze Uiuiui Wow Kann man mal sehen Was passiert, wenn man, äh... Schlicht und ergreifend gezwungen wird Das Level zu spielen Ne, ich meine Das letzte Bonus-Level ist irgendwie so ein... So ein elendig langes Ding Was du fünfmal spielen musst Ah, null Geheim 6 Oh, geheim Das ist vollgeheim Merkste richtig geheim Ist das Ich meine jetzt auch, dass, äh... In der nächsten Welt ist das Burg-Level ist auch noch ziemlich lang Und das ist ein schöner Vertikal-Scroller nachher Wenn ich mich richtig erinnere Aber da sehen wir schon mal, was der Boss wird Fucking Vincent Raven Godaxe Geheim Erfolter Ja Deswegen habe ich ja gesagt Dieses Spiel 100% zu machen Weißt du Wo andere Spiele dich dafür belohnen Dass du quasi so viel Zeit in das Spiel investierst Tritt dieses Spiel dir nochmal in die Nüsse dafür Hier geht's Mäh Ja, mir ist eigentlich noch kalt I feel fresh Ich meine, richtig kalt ist auch übertrieben, weil... Äh... Kalt... So eine Sache An sich stört mich Kälte auch nicht The bird is still there No, bird, bird Fucking hell Alter Bird hat mich enttäuscht So eine Verräter-Möwe Doing I could use some full egg Nein, das zählt Ich habe nicht aufgepasst Das ist mein eigener Fehler I fucked up this one Meine Konzentration lässt heute einfach nach Was habe ich davon, wenn ich den ganzen Tag meine Bude aufräumen und dennoch streamen will This is what I get Ich hätte mir mal einen Tag einfach nur mal So eine ganz große Portion shut the fuck abnehmen sollen Ja, auf einmal hatte diese Plattform Momentum irgendwie Das hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht Normalerweise... Ne Bei dieser anderen Plattform war das halt nicht so Ja, Angel, genau deswegen Your eyes are yet to open Fear the true bloods The true boobs Warum mache ich denn das mit Das muss doch gar nicht sein Das muss doch gar nicht tun Not Nicht nochmal Not again Wow Okay Das ist nice Jetzt beruhigen wir uns mal wieder alle Gesamte Situation ist ein... Magst du herkommen? Scheiß, Baby Okay Der Stein hat merkwürdige Proportionen Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass ich darauf lande Ich wollte eigentlich noch hier fladdern und all sowas Oh, ein Savepoint Nice Dieses Level ist mir irgendwie immer im Gedächtnis geblieben damals Okay, hier war das noch nicht Scheiße Gut, dass es ein Savepoint war Lieber Knopf What the fuck Hallo Ich... Seht ihr das? Yoshi macht immer so einen Mini-Hop Wenn er auf dem Ding ist Warum? There we go Jesus What? Was war das denn? Das ist ein Penguin-Hop Das ist ein Penguin-Hop Oh Gott Für die Switch-Virtual-Console? Ne Es gibt diese Diese SNES-Collection für Nintendo Online-Mitglieder gedönsen Wenn du da bei Nintendo Online Dieses Online-Mitgliedschafts-Ding hast Kriegst du hier die SNES-Collection umsonst Und Die NES-Collection auch kriegst du umsonst Ist also eigentlich gar nicht mal so schlecht Für den Preis Auch wenn ich immer noch sagen muss Also bislang Ich muss mir jetzt mal wieder ein neues Bild machen Deswegen eigentlich müsste ich mal wieder Smash-Stream Weil Jackpot Wann habe ich die Möwe da erwischt? Wieso? So, okay Halt, 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 halt Jetzt Halt mal kurz die Luft an Juna14 Vielen Dank dir fürs Followen Mein Duden Yoshi, kannst du mal No Fucking yeeted You don't do that Abroxas Ja stimmt, der hieß Abroxas Vincent Raven Wär sehr stolz Ich finde es dich echt toll Mit deinem scheiß Morgenstern, ne? Dat save, ja Dat war ein save Deswegen Das ist ein interessanter Power-Stream Um ehrlich zu sein Entweder Hab ich's Geht's so Dass ich einfach nur Dumm sterbe Oder Oder Ich hab so Diesen Mega Skillvollen Ultra-Safe Beides Ne Ich brauch keinen Save-Punkt Save-Punkt Sind für Pussys Juna kann auch eine sie sein Dann sagen wir halt Dudett Oder Dudeline Das klingt beide scheiße Aber Ne Was soll man denn machen Was soll ich denn tun, ne? Was soll ich denn sonst zu Zu Womöglich weiblichen Followern sagen, hä? No You're breathtaking Okay, gut, sorry Keanu Reeves Approach Okay Wir holen mir Switch online Ja Also Für das, was du halt Ne Ist nicht so teuer Wenn du so ein paar Spiele hast Die du online denn spielen willst Lohnt sich das ja vielleicht Auch tatsächlich Wie gesagt Ich weiß halt noch nicht Wie Wie der Netcode Jetzt mittlerweile In Smash ist Ich weiß halt Das letzte Mal Als ich's Gespielt hab Variierte der Netcode Zwischen Fucking Atrocious Und Oh mein Gott Nimm es mit ner Zange weg Und dann gab's ein paar Matches Wo tatsächlich gut waren Aber ich trotzdem Vermöbelt wurde Weil ich scheiße In Smash bin Ich bin ein Mädchen Das hab ich mir schon Irgendwo fast gedacht Bei Prinny My Dude sagt Dude Ist nicht nur er Ist auf jeden Fall ein interessanter Fight Wenn man mal so drüber nachdenkt Auch grafisch Auch grafisch Du schiebst dem Vogel halt Einen Flockenarsch Und du kannst ihn auch lebenslange foltern Wenn du willst Aber an sich Aber an sich An sich Keine Bedrohung Wirklich Ich meine Er hat noch so eine komische Funkenattacke Aber die hat er jetzt nicht mal gezeigt Was schickt der Screen denn so What the fuck Ja ja die Mechanik ist cool Yoshi geht halt in den Himmel Obwohl wir Einmal einen Berg runter gejodelt sind Nice das Spiel Das ist Ne All time classic Mein Score wird auch mal weniger her Durchaus Oh aber doch So jetzt langsam Mit der Beleuchtung Sieht das nice aus Und die Musik wird wieder anders So letzte Welt Komm Let's go Let's do this Was ich aber in dem Spiel auch mal immer interessant finde Es kommen immer wieder noch neue Gegnerarten dazu Jetzt zum Beispiel Ich glaube diese Skelettvögel kam mir sonst vorher noch nicht Und beziehungsweise hier kommt gleich noch ein anderer Ein anderes Tierchen Oder whatever Ich sterb hier schon Das macht euch mal keine Sorgen Ich sterb hier noch By the way Der Hintergrund sieht super aus Das ist Some nice art Aber ich weiß nicht Hat Nintendo überhaupt mal Ähm Gesagt Dass dann halt zu diesen Collections halt immer noch Spiele hinzugefügt werden Er hier Fucking Masked Kamehameha Mensch Ich hab Zielen Ich hab Zielen Irgendwann manchmal Ach der Hintergrund Das sieht so nice aus Okay Da muss man schnell sein Ich warte noch auf die 64 Collection Oh ja Das wär wirklich schön Scheiß Goblin Holy Moly Gäh Vivi ist online Ja Mensch Maybe die Verb Trickshot Ist er ja allein Allein wegen den Allein wegen den Sternen Ist das Ganze hier auf 100% zu machen Eine fucking pain in the ass There we go Weil du darfst dann halt nicht getroffen werden Weil es gibt so viel Zeug Wo ein Treffen kann Ich mein Thanks Sprite lag What the fuck Oh boy Full egg Mach das Dankeschön Ja eben Sterne kann man sich auch so wiederholen Ja klar Aber Auch nicht immer nach Belieben Bei Bossen zum Beispiel Bei Bossen geht das nicht Da musst du mit dem arbeiten Was du hast Mach das vor dir noch nicht Alles klar Angel bis denn Doch komm Letzte Welt Jetzt Ne Reiß dich mal zusammen Warum will ich das Ding überhaupt haben Seit wann habe ich jetzt auf einmal Ein fucking Completion Komplex Wo kommt der auf einmal her Ich wollte halt den Piranha fucking übergehen Aber ne Wie es dann halt so ist Wie es dann halt so ist Oh fuck Natürlich sterbe ich so kurz vorm Ende Man immer wieder von vorne anfangen muss wenn man 100 Punkte haben will Weil das Spiel nur die höchste Score speichert Ach ja Da war ja was Ah super Diebesland The Cave of the Bandits Nice Leben in Lava die Dudes Das ist jetzt mein Baby Verkauf ich im Babymarkt By the way Diese Flammen Ist mir mal aufgefallen Die sehen total Oh wo aus Beziehungsweise sie sehen aus Als würden sie den gesamten Tag Nichts anderes machen als Oh wo sagen Ei Ei Geh weg Jetzt versuch das Leben schon mich umzubringen Hey Alter Oh the sound The sound right Squeaky noises Squeaky noises and oh wo flames Ey Nimm gleich den Ball weg Priviere Das ist super Jetzt muss ich schon wieder an Comrade Elmo denken By the way Ne Dinge die man in Super Mario Land Super Mario World 3 hatte In Mario Bros 3 Hatte man hier Hat man denn hier auch wieder Und Leute halten es dann für nötig Das in Mario Maker auch nochmal zu machen Weil die Mechanik auf Filzstiften zu laufen So viel Spaß macht Danke by the way I'm not gonna die I'm not gonna die Und da sollte ich da sterben Werde ich auch Ne This one Weil das Level ist echt scheiße Das ist der langsamste Autoscroller Und da ist überall noch Instant Kill Lava Und hast du ihn nicht gesehen Ich glaube dieses Level war fun Irgendwie nicht hier Was ironisch ist Weil es eigentlich ein Level ist Vor dem Längsten Level im Spiel Oh yeah Drugs I love drugs Aurora Borealis Ja Generell altert Weißt du noch wo man Wow Wo man in Kaufhäusern so Generell Konsolen stehen hatte Wo man alles mögliche an Games mal anzocken konnte Und man meistens irgendwie Immer an der einen selben Bullshit Stelle stand Weil nie jemand versucht hat Mal weiter zu kommen Oh she is Moin moin The fuck How Eben damals konntest du halt Games die halt Gerade rausgekommen sind Konntest du halt Den einfach mal so Einfach da zocken That was some lit shit I tell ya Das gibt's ja heutzutage Gar nicht mehr Vermutlich auch aus Schutz vor Vandalismus Wahrscheinlich Und wahrscheinlich weil einfach Mitarbeiter Die ganze Zeit nur im Laden stand Und gezockt haben Ne auch wahrscheinlich Weil du mittlerweile Andere Formen von Medien hast Um dir ein Bild Vom Spiel zu machen Damals hattest du halt Dann nur das Tap tap The red nose is four Oh ja tap tap Das ist mein Lieblings Mit meinem Lieblingsboss Neben dem Final Boss Oder auch so ein Extremes Unterschied Jetzt wenn man Yu-Gi-Oh kaum noch Irgendwas findet Früher war So ein Jäger Und jetzt musst du Richtig danach Randen Tatsächlich ja Witzigerweise bei uns Am Bahnhof der Edeka Der hat manchmal Yu-Gi-Oh Karten Und manchmal nicht So aus dem Motto Manchmal ist ihn danach Und manchmal nicht Das ist nice Da ist Stego Alter Fucking Stego Stego der alle Marefucker Mein Andy zockt glaube ich Die ganze Zeit gerade noch Jetzt hier Pokémon Pokémon Ist doch jetzt heute Oder Ist es nicht heute Soweit Das könnte erklären Warum so hier Totentanz ist heute Gerade mit Pokémon Beschäftigt Ne Morgen Gibt es Leute Die das jetzt schon haben So super Sonderrecht Menschen Es gibt ein paar Leute Gibt es Okay Das erklärt Warum hier heute So ein Totentanz ist Das habe ich Schon ganz vergessen Die hängen da wahrscheinlich Alle bei den Pokémon In der Pokémon Abteilung ab Aber es sind halt Viele YouTuber Ja Trotzdem guckt man Dann ja nicht Auf Twitch Ist ja die Frage Darfst du schon streamen Wenn du es hast By the way Das ist so Das Äquivalent zu einem Bloodborne oder Dark Souls Boss Von wegen Wenn er das erste Mal Auftaucht Und wenn er dann Irgendwie in einem Sonder Dungeon Auftaucht Weil hier ist er Um einiges Trickier Sagt er Und glitscht sich Da unten fest Ich trau mir Okay Haha Das schiebt mich ja noch Alter Okay Als Partner von Nintendo Ich habe immer gedacht Nintendo hat so seinen Kleinen Club der Favorites Mal aufgelöst Ich glaube seit dem 13. Wahrscheinlich gestreamt werden Oh man Ich habe mich schon Echt gewundert Weil es haben Auf Twitter waren halt Einige echt Hype darauf Auf das Ganze hier Deswegen war ich so Ja verwundert Dass so In Anführungszeiten Wenig los ist hier That explains everything The fuck that shit Also wenn Sui nicht dabei ist Dann weiß ich auch nicht Sui ist dabei oder Der ist doch bestimmt Schon mittendrin Sui ist der Der fucking Pokemon Streamer Also wenn der das Nicht schon hat Dann weiß ich auch nicht Dom Tendo Ja das war auch klar Das war auch zu erwarten Das ist wie bestimmt Also wenn Sui nicht dabei ist Dann weiß ich ja Irgendwie was los ist Weil das würde jetzt Aktuell bei mir Sehr viel erklären Falls Sui nicht weiter An seinem Spiel rum bastelt Ich glaube da sind Prioritäten anders War denn die Scheiße Ja geil Ja geil Full Egg Sui bastelt gerade im Moment Nicht an seinem Spiel rum Oh wow Oh wow Das war Spilish Speedrunner Halem Alles klar Alter Bis denn Wo bin ich jetzt groß anders gelaufen Spilway ist das einzige Mal Dass du So ein Korken hast Als Als Schlüssel Also halt Dass so ein Korken raus geht Ah this part Natürlich ist das mit Ich riskiere das Warum soll ich das riskieren Bin ich eigentlich retarded Ganz ehrlich Seid Wenn man erstmal realisiert hat Von wegen Dass sie ein halbes Jahr später Ehe dasselbe spielen Nochmal Mit einem anderen Titel Und Quasi allen DLCs raushauen Was Mittlerweile Sagen wir mal ganz ehrlich Das ist eine Taktik Die hast du vor ein paar Jahren Fahren können Aber heute ist es Absolut outdated Weil Na ganz ehrlich Warum Solltest du Für Dasselbe spiel Nochmal den Vollpreis ausgeben Sprich jetzt halt Ultrasonne Ultramond By the way Das ist mein Lieblingsboss Hier Das ist mein Lieblingsboss Ich würde ihn gerne sehen können Oh hi Oh he killed himself Okay das geht auch Ich mag den Boss Ich mag das Design Schade dass nur seine Burg Absolut scheiße ist Was Sagen wir mal ganz ehrlich Das Damals hat das Mit Pokémon Gelb Und so Gelb hat ja Versucht so ein bisschen Sein eigenes Ding Zu sein Kristall hat auch noch So einiges An eigenem Zeug Saphir Genauso Quatsch Saphir Smaragd Oh this Wundert euch nicht Wenn ich in diesem Level Das hier mache Weil diese kleinen Lava Pünktchen da Ist ein Instakill Die sind hier überall Plus es ist das Längste und Langweiligste Level im Spiel Pokémon Schwarz Weiß und Zwei Haben einiges Durchgemacht Ja Das ist auch nochmal Das ist eine Fortsetzung gewesen Das ist auch wieder Was anderes Als man gedacht hat So jetzt haben sie das Bei X und Y Mal nicht gemacht Da hat man schon gedacht Gut Jetzt ist der Ist der Drops Vielleicht jetzt Endlich mal gelutscht Man braucht nicht Immer noch Eine dritte Version Vom selben Spiel Wo quasi Einfach nur Ein glorifiziertes DLC ist Weil Nintendo Einfach keine Lust Hat das Ganze Als DLC Zu verpacken Was eigentlich Der Punkt ist Das ist Zusätzlicher Content Und da kannst du Nicht nochmal Ein Vollpreistitel Für verlangen Das ist Outdated Aber weißt du Wo man gedacht hat Na gut Jetzt haben sie Bei X und Y Haben sie mal Dazugelernt Und machen das Dann nicht Und dann kommen sie Bei Pokémon Sonne und Mond Mit Ultrasonne Und Ultramond Der wohl Lächerlichsten Version Von diesen Extra Versionen Einfach weil Warum Es hat nichts Hinzugefügt Wirklich Es hat ein Minimal Story hinzugefügt So wie ich das Verstanden hab Und ein paar Kleinigkeiten By the way Das Level wird Tatsächlich langsamer Deswegen Ich hab das Gefühl Dass ihr das bei Schwert und Schild Wahrscheinlich genauso Versuchen werden Und ich kann die Leute Durchaus verstehen Wenn sie dann Pissig werden Viele Leute sagen Ja jetzt schon Dass es ein Unfertiges Game ist Und jetzt Statt dir mal vor Game Freak Kommt an und sagt Ja Kauf das Spiel Nochmal Because Ne Because DLC Reasons Ne Pokémon macht Pokémon macht den EA Move EA Thick Wie gesagt Hier sind überall Diese kleinen Lava Spots Und die sind Tatsächlich Insta Kill Also da erkennt Das Spiel Keine Gnade Da erkennt Das Spiel Absolut Keine Gnade Pokémon mit Lootboxen Das ist es jetzt Ja noch Das wird es Ja noch tun Du kriegst Deine Pokémon Und nur in Lootboxen Deswegen also Sollte ich jetzt Hier drauf gehen Irgendwie Dann Ne I reset Die Spaghetti Italia Das Spiel Wird ein bisschen Langsamer Ja ne Es ist nicht nur Game Freak Aber Ne Es sind halt Immer noch Die Entwickler Und ich sag mal so Wenn auf einmal Spiele wie Animal Crossing Auf einmal noch Über ein halbes Jahr Ach ja stimmt Das gesamte Level Ist ein fucking Autostroller Da war ja was Weißt du Wenn Animal Crossing Sich ein extra Jahr Also ein halbes Jahr Nehmen darf Weil sie sagen Ja das Game Is not done Warum darf es dann Pokémon nicht Wenn die Das muss doch auch Nintendo sich Angucken Und abhaken Und sagen Ja Das ist fine Versteht ihr was ich meine Also klar Game Freak Ist nicht allein Schuld Um Gottes Willen Nintendo Ist mindestens Genauso schuld Genau wie ich Hier Das Yakuza Kiwama Auf meinem Läppi läuft Och Das geht eigentlich Na gut Hier ist ein Safe Point Also Wollen wir jetzt mal Nicht so sein Franchise Gründe Aber stimmt schon Es ist halt so Weißt du Normalerweise heißt es doch immer Nintendo hat Qualitätsstandards Wo sind denn die auf einmal Wo sind denn die bei Sorten Shield auf einmal Vor allem die müssen das doch auch mitbekommen Diesen Backlash Das müssen die doch mitbekommen Was im Internet aktuell abläuft Diesen ganzen Backlash Und da würde ich doch schon als Als Entwickler Als auch hier als Publisher Würde ich irgendwie da mal zusehen Dass Die Leute die dagegen sind Dass die da Ja quasi nicht zum Schweigen bringen Um Gottes Willen Aber dass man das Gegenteil Beweisen kann Es muss ja irgendwie Zu beweisen sein Dass man dann zeigt Hier so Guck mal hier Das Spiel Wir sagen dann Ja gut Wir brauchen noch ein halbes Jahr Oder whatever Weil das Spiel nicht Bereit ist Ne So meine Sicht der Dinge Man könnte refunden Ja aber ganz ehrlich Willst du sowas dir heutzutage antun By the way I don't care Es ist auch Full Egg Nicht mal Full Egg Interessiert mich gerade Na gut Full Egg Because of Memes Because of Memes Full Egg So So Zwei Level noch Und das Final Level natürlich By the way Das letzte Level Ist eigentlich auch In sich relativ interessant Es hat einen Festen Anfang Quasi Aber Dann hat es vier Verschiedene Wege Die du nehmen kannst Ist eigentlich voll interessant So jetzt muss ich mal gucken Ob ich noch weiß Wie dieses Level hier funktioniert Besser Full Egg als Mirror Egg Mirror Egg Excuse me Warte mal Schade What the fuck Is Mirror Egg Spiegelei Ich weiß Ich hätte den Stein Benutzen sollen Aber Dafür missbrauche ich Den guten alten Stein Nicht Mirror Egg Der Schorschmann ist mal Wieder schlau Schlau Mein Englisch Hat so Yellow Vom Seag I think I Spider I know what Gut Der Stein Resettet Das ist mir Zu doof Stein Please Stupid Rock Stupid Baby Dummes Ovo Feuer Boah Alter Yoshi Go Fuck Yourself I hate this level Right now I fucking hate this level I fucking hate this stupid level Wie ist das Level hier nochmal Das dumme scheiß Labyrinth Level Nachdem keiner gefragt hat Wehe Stein ist weg Wo ist Stein hin Ey Was eine dumme Scheiße Bumrush it Bumrush it Ist mir scheißegal Jetzt sagt mir nicht ein Neat Rock Das ist This is some Big Stinky Doodoo And you Doodoo Need Know Who it is Nice Checkpoint For nothing Deep underground maze More like Dummes underground Maze Dumb underground maze There we go There we go Ugh War voll OP Und heute spielt es keiner mehr Bin es Freak Moin Moin I like Make me a lot of Füße Doodoodoo Doodoodoo Raichi Kabe Die dumme Sau hat Facebook An sie auch ein Klassiker Ich hab nicht nach oben gedrückt. Nice. You don't get egg. Guck mal her. Das ist ja schon krass, dass die deutschen YouTuber mittlerweile eher für ihre Ausraster bekannt sind als für alles andere. Und für ihre etlichen Fortnite-Minecraft-Kanäle. Also jetzt mal ohne Witz, ne? Ihr habt nix gegen Leute, die damit was machen, ne? Aber ich guck's halt nicht. Das ist einfach nicht meine Zone. Kennt ihr sagt noch irgendwer? Oder kommen wir so vor, als würde jemand mehr die Klassiker auf YouTube kennen. Tut auch kaum noch wer, leider. So, ne? So die Klassiker sterben halt aus. Es ist halt nur noch aktuell alles, äh, äh, sick, äh, compilation und... Why did you do that? There we go. This level sucks. A dick. Ich kenne mal deutsche Fortnite YouTuber. Sei froh. What the fuck? Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay. There is nothing. Oh, Mann. Watten, Spaß! It's amazing. It is fun. Gab's nicht auch ein extra Level, wo... Auch basierend ist auf dem Labyrinth, nur halt irgendwie... In der Kanalisation und das Level ist absolut schlecht. Ich meine, da war was. Kamehame... Kamehame, Hurensohn. Oh, wirklich? Would you kindly... Just fuck off. Ja, da läuft die ganze Zeit diese Vorbost-Musik. Wie, das ist... Oh... Oh... Kanal Fatal. Na gut, zum... Immerhin ist das Level nicht Kanal Annal. Are you serious? Ich brauche noch einen fucking Schlüssel, den man erst jetzt... Was ist das für ein fucking Troll-Level? Das kann man nicht mal sehen. Weißt du, zum einen preise ich das Level-Design hier. Zum anderen denke ich mir so, this level is bullshit and you know it. Weil ohne Witz, das Spiel bringt einem sonst super gut hier seine Mechanics bei. Siehe jetzt hier zum Beispiel bei diesem Piranha-Boss. Da wird einem super beigebracht, ähm... Wie, wie diese, hier, die Ricochet-Mechanic funktioniert. Wird dir super beigebracht. Aber das, das ist, äh... Nach dem Motto, so machst du das, was du eben gerade gemacht hast, machst du nochmal, Bursche. So. Raus hier. Nichts wie raus hier, ey. Wieso ist manchmal hier so längere Loading-Screens, what the fuck? Das war, glaube ich, Yoshi, sorry. Nee, ich glaube, das Spiel hier hatte auch so, ähm... Hatte auch so ein Kanal-Level. Es gab in, äh, Yoshi's Story aber auch ein, zwei Kanal-Level. Also da ist es gar nicht mal so falsch. So, das letzte richtige Level vor dem Dings. So, weil... Ja... Hm, doch, ja. Ich hab das Ganze hier heute echt anders eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Meinem war klar, dass das Ganze nicht, äh... Nicht der kürzeste Power-Stream wird, aber ich wusste auch, dass es halt ein... Etwas längerer wird. Aber das Level hier hab ich tatsächlich so ein bisschen im Kopf. Also, es ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, warum. Turbo. Wahrscheinlich wegen den Dingern, weil es irgendwie unglaublich satisfying ist, darum rumzulaufen. Ja, ich meine, es war eins der Geheim-Level, ja. Und es war geheim scheiße. Deswegen sei ja, das Spiel kickt dir quasi in die Eier dafür, dass du es 100% durchspielst. Also, du machst dir wirklich die Arbeit, alles, ähm... Alles und jeden zu machen. And you get a kick in the dick. So, das Motto hier. Ist noch ein schwereres Level. Wenn du das denn 100% hast, dann kommst du wieder. Dann kriegst du nämlich nix. Oder gab's was dafür, wenn man das gesamte Spiel 100% hat? Nee, oder? Na ja. Äh, so, so Korn ist sehr... Also, Korsair... Ich meine, hier kannst du froh sein, dass du überhaupt E-Mails benutzen darfst. Auf YouTube darfst du das nicht. Da wird dein Kanal für gelöscht und dann musst du hoffen, dass du, äh, dass der Streamer irgendwie 24 Millionen Abos hat. Sonst kriegst du seinen Kanal nicht wieder. Bzw, du musst auch hoffen, dass er sich überhaupt einen Scheiß für diese Situation dann interessiert. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Willkommen bei YouTube. We want your money, not your soul. Deswegen diese ganze Situation mit Markiplier, ne? Das ist an sich irgendwo... Ah, das ist so ätzend. Das ist so ätzend auf so vielen Leveln. Oh, fuck. Weil, seien wir mal... Seien wir mal realistisch. Wär es nicht Markiplier gewesen, bei dem das passiert wär... YouTube hätt's einen Fick interessiert. YouTube hätt's nicht gesagt so... Ja, das ist äh... Well, tough luck, dipshit. Fad benutzt so Emo zu, shitlord. Also von daher, um Himmels Willen, nix gegen Markiplier, ne? Das will ich damit auch nicht, äh... Woll ich damit nicht von mir geben. Das fiel eher so nach dem Motto, wär's nicht Markiplier gewesen, ne? Kiss your channel goodbye. Weil dann hätt's YouTube einen Scheiß interessiert, ob dein Kanal stirbt oder steht. Es guckt sich den Bot an und der Bot sagt, ja, das ist äh... Ne, Lösch. Lösch kann weg. Bringt nicht Geld. Macht keinen Spaß. Äh, entweder habe ich Shadow durch Vic oder durch Sui kennengelernt. Oh, das ist süß. Ich meine, ich bin ja eher so mittlerweile, der sein eigenes Ding macht. Ich hänge ja eigentlich gar nicht mehr bei Vic ab. Äh, in letzter Zeit antwortet mir Matze relativ häufig auf, äh, auf Twitter, was ich schön finde. Wo ich auch mal versucht, dann halt, äh, ein bisschen aktiver in Kontakt mit ihm zu reden, weil... Das hab ich schon mal erzählt. Ich bin mit Matze nie im böses Blut geraten. Also wir waren eigentlich immer, äh... Wieso ist ausgerechnet hier ein Loch? Okay. Äh, wir sind also... Wir hatten nie irgendwie böses Blut miteinander. Wir hatten einfach nur irgendwann nie was miteinander zu tun. Das ist halt so dieser Punkt. Was viel eher darauf liegt, dass, äh... Ich ein faule Stück Scheiße bin. Das ist also mehr so meine Schuld. Weil ich, äh, sozial faul bin, basically. Ich bin schreibfaul, lesefaul. Ne? Das ist also basically, äh, mein Problem. Äh, ich brauch das wieder. Dankeschön. Ich hab auch letztens mal den, ähm... Den, ähm... Den Let's Play Markus geratet gehabt. Ist auch ein sehr netter Dude. Was mich bei ihm... Was mich nur, äh, interessiert hat... Er kannte mich nur noch wegen Holy Magic Century. Und ich hab mir gedacht so... Jemand erinnert sich an dieses... Äh, dieses Projekt. Und ja, also, ne? Das ist ein netter Dude. Und ja, er hat auch recht gehabt, was, äh... Was er gesagt hat. Von wegen, hätte ich hier meinen, ähm... Meinen Kanalnamen behalten. Also halt meinen damaligen Kanalnamen. Und wenn ich auf Mr. Schoschmann gewechselt. Oder generell auf, äh... Chesso. By the way, was machen die für einen Rave? Ähm... Ja, wer weiß, wo ich dann heute stehen würde. Aber... Das hab ich auch damals schon erklärt. Ich bin... Mit dem Namen, den ich damals hatte, bin ich... Äh... Verbringe ich mittlerweile zu viele schlechte Erinnerungen. Als dass ich ihn mit Stolz tragen könnte. Deswegen, das ist immer so diese Antwort, die man kriegt, wenn man mich fragt. Warum hast du deine Kanalnamen gewechselt? Deswegen ist aktuell mein jetziger Kanal auch noch Chesso slash Mr. Schoschmann. Es ist halt so... Chesso ist nur eine Kurzform. Basically, ne? Das ist nur eine Kurzform von meinem alten Namen. Und ich verbringe halt mittlerweile zu viele Gedanken mit diesem... Äh... Ja, mit diesem alten Namen, wo... Es ist zu viele schlechte Erinnerungen. Es ist einfach zu viel in der Zeit passiert, wo ich mich nicht gerne dran zurück erinnere. Und ich verbinde vieles halt auch mit diesem Namen damit. Das ist halt das, ähm... Wieso... Einer dieser Gründe, warum ich überwiegend auf diesen Namen gewechselt bin. Ich mach mal hier ganz kurz. Wir sind jetzt sowieso kurz vorm letzten Level. Äh... Ich werd euch gleich noch einmal, ein letztes Mal mit Werbung foltern. Ist auch denn das letzte Mal für heute versprochen. Äh... Neb, 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 da musst du dich nicht für entschuldigen. Da... Da gibt es nichts zu entschuldigen bei. Deswegen sag ich das ja auch immer, äh... Klar raus. Es... Es gibt einen Haufen schlechten... Schlechte Erinnerungen. Äh... Für mich persönlich, die ich mit diesem Namen verbinde. Jetzt musst du Werbung gucken als Strafe. Das hast du jetzt nur davon, Minion. Außer ihr habt, äh... App-Block an. In dem Sinne, äh... Ich möchte, dass ihr wisst, dass, äh... Ihr definitiv keine Weihnachtskarte von mir bekommt. Also das möchte ich jetzt schon mal klipp und klar gesagt haben. Wenn ihr, äh... Kein App-Block an habt und trotzdem keine Werbung bekommt, äh... Dann seid ihr trotzdem noch zu meiner Weihnachtsfeier eingeladen. Von daher, blach. Aber ja. Oder subbt mir. Dann kriegen die Leute, meine ich, auch keine Werbung. Aber das ist sowieso ein bisschen, äh... Oprah App-Lob-Twitch-Apps. Ja, gib mir Werbung. Gib mir Werbung. Ich brauch das. Nee, ähm... Wie gesagt, halt der Name... Den hab ich mir damals, äh... Ausgesucht, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Und hab ihn halt dann auch sehr lange getragen. Für... Für einige Jahre dann natürlich. Und dann... Ist da immer mehr so zwischengekommen. Und das... Ne... Long story short an sich. Ich muss mich hier nicht immer wieder wiederholen, weil sonst renne ich im Kreis. Ähm... Zeit für etwas Kappa-Bits. Zeit für etwas Kappa-Bits. Ich glaube, ich hab schon lange in dem Jahr gehört. Vielen Dank für die Bits, mein Dude. Ähm... Ja, deswegen. Es ist einfach so, ich hab das nicht aus, äh... So, zu Anfang natürlich mit dem Kanalwechsel. Es war zu einer Zeit, wo, ähm... Wo Monetarisierung über ein Partnersystem noch nicht so einfach war wie heute. Klar, heute würde mir da einen Arsch beißen. Besonders, da man seinen Namen ja ändern kann. Mittlerweile auf YouTube. So für... Also so alle zwei Monate oder so. Ja, das ist... Ne... Er bekommt dennoch keine Werbung. Ja, manche bekommen auch so keine Werbung. Können auch sein, weil du ein Mod bist. Das kann auch sein. I don't want to know. Aber ja, deswegen. Es sind halt... So, was ich über die Zeit erlebt hab, verbringe ich mit diesem... Verbinde ich mit diesem Namen. Und das ist halt dann... Weswegen ich mir dann auf Mr. Schoschmann nicht überwiegend gewechselt hab. Und weil ich fand, es klingt origineller. Sagen wir mal ganz ehrlich. Shadow Soul. Ganz ehrlich. Versuch mal einen Namen so online irgendwie zu finden. Es ist in den meisten Fällen vergeben. Also wirklich, nimm mal... Geh mal einen Schritt von dem Ganzen zurück. Und... Und sagt einfach mal... Mr. Schoschmann klingt besser als Shadow Soul. Und dann hast du natürlich so diese Leute wie Alex, wo... Trotzdem sagen, nein, nicht. Und ich sag mir, doch. Das... Das eine ist total unorginell. Und das andere ist ein tatsächlich eigener Name. Auf den ich selber gekommen bin. Und ich da auch irgendwo stolz bin. Klingt schon sehr dark. Ja, eben. Es klingt auch schon sehr dark. Es ist irgendwie so ein Image, auf das ich nicht mehr möchte. Klingt so Edgelord-like. Ja. Ich mag beides. Das soll dir auch gegönnt. Aber wie gesagt. Es ist nur mal, um kurz zu erklären, warum... Äh... Es haben mir nämlich schon ein paar Leute immer dann mal gefragt, wieso... Ich halt meinen Namen gewechselt habe. Und... Ja, that's the reason. Klingt halt wie ein echter Gentleman. Ich finde es... Einfach, es klingt wie ein richtiger Name. Also, es klingt, äh... Wie ein Username, wo... Nicht unbedingt instant vergeben ist. Wow. I'm dead. Du bist und bleibst derselbe Mensch. Eben. Und ich sag mal so, ich kriege, äh... Solange ich die Shadow nennen darf... Das ist ein, äh... Kurzname, den ihr weiter benutzen dürft. Um Gottes Willen. Das ist, äh... Das werde ich auch Leuten, glaube ich, nicht... Äh... Nie abtrainieren können oder abtrainieren wollen. Weil das ist irgendwo, ähm... Ist kurz... Die Kurzform... Vom Namen überhaupt. Ich bin schneller. Oh fuck. Was ist denn mit Bowsers Eltern? Probably dead. Ja, eben. Also, die Leute haben mich ja als Shadow halt kennengelernt. Deswegen... Ne? So. War eins gut? Oder war eins terrible? Das ist halt das Geile. Es gibt vier Varianten. Eine ist, äh... Super... Hier willst du nicht sein, Zone. Du wirst quasi vom letzten Boss verfolgt. Die ganze Zeit. Und hast keine wirkliche Möglichkeit, ihn zu töten. Und, äh... Das... Dann gibt's halt noch so das hier. Und es gibt super easy Route. Wo halt einfach nur Zeug rumliegt. Und wo du aufsammeln kannst. Baby, magst du? Danke. In der easy Zone liegt das Geld legit auf der Straße. Aber an den Teil hier erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Kannst mal sehen. Oh, aber ich glaube, hier könnte man sich unendlich, äh... Leben glitschen. Vier ist am besten. Okay, vier ist dann also der, ähm... Ja, der Korridor, wo dich einfach alles mit Geld beschmeißt. Ja, und dann sind wir auch schon kurz vorm Ende. Und ihr habt gelernt, wieso ich meinen Namen geändert hab. Beziehungsweise damals war es halt auch noch mit, ähm... Mit YouTube-Partner-Status anders. Heutzutage ist es scheißegal, ob du Partner-Status hast oder nicht. Der einzige Unterschied, der sich dabei macht, für die Features, die du halt hast, ist, ähm... Dass du Geld verdienst. Dadurch. Dass halt, dass du Werbung schalten kannst und dadurch Geld verdienst. Das ist der einzige Unterschied mittlerweile, wenn du, äh, eine Partnerschaft mit YouTube hast. Damals war es halt nicht so. Damals konntest du halt dann... Warst du halt dann erst in der Lage, Custom Thumbnails zu machen. Damals warst du halt dann erst in der Lage, wenn du Partner warst, hier... So, dann... Ganz ehrlich, ganz damals... Hattest du noch einen separaten Head-Banner auf, äh, auf deinem Kanal? Also damals, wo... Wo du deinen Kanal noch tatsächlich designen konntest, ne? Man... Es gibt ja mal noch Leute, die, äh, die das gar nicht kennen. Die aus einer Zeit kommen, wo du nicht weißt, äh... Wo Leute nicht wissen, wie das alte YouTube-Design aussieht. Also das ganz alte, sag ich mal. Weil heutzutage, sagen wir mal ehrlich, das ist kein Design. Das ist, äh, eine Vergewaltigung vor den Augen. Es ist... Ne, es macht überhaupt nichts persönlich. Es ist einfach nur da. Es soll funktionieren. Und YouTube ist meistens damit beschäftigt, irgendwas zu fixen, was nicht gefixt werden muss. Zum Beispiel haben sie... Habe ich jetzt erst gelesen. Beziehungsweise ich habe es auch schon gesehen. Äh, sie haben die Startseite jetzt so verändert, dass die Thumbnails da größer sind. Damit man sie besser lesen, damit man sie besser sehen kann. Und du musst jetzt angeben, ob dein Content für Kinder geeignet ist. Oder nicht. Und ich denke mir so... Dear BabyTube... Die Eltern müssen ihre Kinder erziehen, nicht ich. Das ist eine künstlerisch freie Plattform. Wenn ich hier Fuck sagen will, dann sage ich hier Fuck. So einfach ist das. By the way, Jesus Christ. Pausa, deine Augen. Früher gab es ein Freundessystem auf YouTube. Videoantworten gab es damals. Aber ich sage auch mal, es war nicht alles schlecht damals. Aber, how about, wir reden darüber nochmal, ähm... Wir reden darüber gleich nach dem Power-Stream hier nochmal. Weil, ne, I like this. Ich möchte hier jetzt tatsächlich mal die Aufmerksamkeit hier lassen, kurz. Was denn da rüberspringen kann? By the way, ist das einzige Mal, dass deine Stampfattacke so wirkt. Direktnachrichten, die man finden konnte. Die gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Also an sich kannst du sie sowieso nicht mehr finden, weil sie nicht mehr existieren. Oh, this song. I love it. This shit's awesome. So, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Weil an sich, der Boss ist sogar tatsächlich ein bisschen tricky. Weil man das mit der Entfernung abschätzen muss. Ist gar nicht so leicht. Immer noch zu tief? Oh. Oh, that's a long shot. Ja. By the way, am Ende kann er einen echt so richtig bum rushen. Also da muss man sogar aufpassen nachher. Weil nachher rennt er einfach auf dich zu, wenn er zu nahe kommt. Dann denkt er sich so, ja, äh, warum schieße ich überhaupt Feuerbälle, wenn ich einfach auch, äh, dich einfach einstampfen kann. Ähm, Egg? Danke. Das Gute ist natürlich, je näher er ist, desto einfacher kann man ihn treffen. Es sei denn, ich verbockt sowas. Das war schlecht, Egg. Plus der Boss ist tatsächlich ein bisschen challenging. Weil die Plattformen werden hier relativ klein, so wie ihr schon gemerkt habt. What? Ähm. Stay the fuck back, kiddo. Das war zu nah. Oh, Headshot. Mein Headset. Hat mich einfach überrannt. Ja, das, äh, passiert tatsächlich schnell mal. How dare you? It's not fair. Such a meanie. Weißt du, du machst da ein kleines Girl zu fucking Godzilla und du sagst mir, das ist nicht fair? Are you fucking kidding me? Ja, der Final Boss ist schon geil. Das ist halt was komplett anderes. Das ist fucking epic, auch wegen der Musik. Der Yoshi-Clan. Jetzt habe ich das Gefühl, die Yoshi sind irgendwie so eine Art Yakuza-Familie. Oh ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin mit der Zeit soweit zufrieden. Knapp viereinhalb Stunden. Das ist legit. Babou. Ich meine, dass Yoshi ein Terrorist ist, weil er jetzt insgesamt sechs Schlösser in die Luft gejagt hat, müssen wir nicht sagen, oder? Credits. Unser aller Favorite. Ne, aber jetzt können wir da nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm, ja, was auch gerade genannt wurde, Video-Zeit-Limits. Oh Gott, ja, man durfte damals nicht länger als zehn Minuten ein Video machen. Beziehungsweise, doch, du durftest länger als zehn Minuten. Es gab so ein magisches Limit. Zehn Minuten und 59 Sekunden. Also, es durfte aber auch keine Sekunde länger sein, weil sonst wird es wirklich von YouTube geblockt. Es wird nicht freigegeben dann. Wurde einfach gesagt, ja, Video zu lang, äh, ne, laden wir nicht hoch. Deswegen, das war terrible. Kein HD. Das kam ja auch erst viel später. Partner durften ein bisschen länger. Ja, aber auch nicht viel. Partner durften nicht viel länger. Was Partner auch noch hatten, was viele gerne vergessen. Äh, Partner hatten, äh, Zeit lang, wenn du quasi ein Video von dem anguckst. Dann hast du ja unten, äh, die, ähm, war das da schon? Ne, damals war ja der Kanal, wurde ja noch rechts von dir angezeigt. Wenn du halt ein Video angeguckt hast auf YouTube, dann war quasi auf der Seite, war, ähm, war dann der Kanal angezeigt und alles. Oder war es links? Zeit lang war es, glaube ich, auch links. Ne, auf jeden Fall, es war rechts auf jeden Fall. Und, äh, was du dann noch haben konntest, du konntest so einen kleinen Mini-Banner noch quasi über deinem Profilbild haben. Als YouTube-Partner, das konntest du auch noch. Das haben sie aber sehr schnell dann rausgenommen, weil ich weiß, ich hatte das für ganz kurze Zeit nur. Ähm. Also, ja, das ist ein Feature, was niemand vermisst hat. Dann haben sie halt ja dann das alles nach unten verschoben. Sprich, Beschreibung und alles. Man konnte aber auch sein Kanal designen, ja. Damals konntest du richtig deinen Kanal designen. Und, ich meine, es gab verdammt viele talentierte Leute, wo das denn hatten. Und es gab auch verdammt gute Kanal-Designs. Ich meine, ich kann ja mal gucken. Uns interessiert ja jetzt hier, ne. Wir haben es ja geschafft, ne. Ähm, ich kann mal gucken. Vielleicht habe ich irgendwo noch ein Bild vom alten Kanal-Design. Vielleicht habe ich da noch irgendwo... Ja! Oh, warte. Hier. Oh, yes. Ich kann... I can show you. Wow. Ich habe einmal, auf einmal alles minimiert. Ich habe mich erschreckt, sorry. Ich habe gedacht, mein PC wäre crashed. Äh, ne, nicht Mitteilung. Wo sind das jetzt? Hier. Da seid ihr. So wie das Kanal früher. Ne, ich habe, ähm... Hier, check this out. Ich sage das jetzt mal so. Machen wir mal so. Könnt ihr es hier sehen. Das war das alte Kanal-Design. Und das war sogar noch eine spätere Version, meine ich. Oder eine frühere. Aber ja, damals hat uns sowieso immer alles nicht gefallen. Also von daher, das war so dann das, ähm, das Grundlegende. Müsst ihr euch so vorstellen. Hier war dann so Name, Abonnentenzahl, der Abonnier-Knopf. Hast du nicht gesehen. Hier war dann der Player. Achso, ihr könnt das gar nicht sehen, weil ich meine Maus nicht habe. Äh, auf jeden Fall dann, also ganz oben in diesem schmalen Balken war dann halt so Kanal. Kanal-Aufrufe hast du nicht gesehen. Äh, die ganzen Nummern. Hier in der Mitte war dann halt so der Player. Da drunter die Beschreibung dazu. Rechts daneben war dann quasi die anderen Videos oder Playlists. Und da drunter war dann halt, ähm, es gab damals Bulletins. Bulletins waren dann quasi sowas wie die, ähm, diese Kanal-Mitteilungen, die sie heute haben, nur... schon vorher. Nur, dass sie es halt damals Bulletins genannt haben und es einfach Bulletins waren. Und da konntest du denn alles haben von deiner Kanal-Beschreibung, Playlists... Ich fühl mich alt. Was soll ich denn sagen, Draghi? Was soll ich denn sagen? Ich bin mit... Das hier ist noch, äh, ne? Damit habe ich angefangen. Und zwar, warte mal. Gibt es noch ein anderes Bild? Bestimmt noch irgendwo ein anderes. So, meinen alten Ordnern hier. Ganz alten Bilder von Hohel. Oh Gott. Ne, hier. Das ist das letzte Kanal-Design gewesen. Ja. Das ist das letzte Kanal-Design gewesen, was sie... Bevor sie dann halt gesagt haben, wisst ihr was, äh... Es soll niemand mehr irgendwas designen sollen. By the way, ich hab, äh... Kann ich euch auch mal kurz sagen, Sekunde. Ähm... Ich hatte damals so die, die Angewohnheit, mein, äh... Mein Kanal-Design, was mir jemand gemacht hat, immer noch mit eigenen Kram, äh... Zu füllen. Um es halt so personalisieren. Müsst ihr euch vorstellen, das war dann immer noch so hinterm Player versteckt. Das war irgendwie immer cool so ein bisschen. Und Memes. Ihr hattet im Grunde überall noch Memes drin. Ich hab hier More. Ich hab Braveface. Ich hab ne Paprika. Zwei Paprika sogar. Ich war so... Ich war zu cool für eine. Also hab ich zwei Paprikas in mein fucking fucking Teil gepackt. Ich hab hier noch ein Sekunde. Das genau. Hier. Ähm... Hier. Das war dann das spätere. Und das war auch so mein Lieblings-Kanal-Design, was ich bekommen hatte. Also gewisse Aspekte, sowas hier benutze ich heutzutage immer noch gerne. Aber das war dann halt das, ähm... Das war das Kanal-Design, wo hier quasi alles, was dieser graue Block ist, war quasi die gesamten Features zusammengepresst. Basically. Das war, ähm... Das letzte Kanal-Design zusammen mit diesem Banner, bevor sie dann angefangen haben, das zu fahren, was sie jetzt fahren. Und sagen wir mal ehrlich, es ist... Ganz ehrlich... Naja... Wieso Paprika? Gegenfrage, warum nicht? Ich hatte halt, ne, die Fähigkeit, ne Paprika zu stempeln. Also hab ich sie genutzt. Also ja, und das war dann so das letzte, bevor sie dann halt angefangen haben, komplett steril zu gehen. Damals war das auch noch alles ein bisschen simpler, was, ähm... Was die Abo-Box zum Beispiel angeht. Die Abo-Box war, ähm... Es war ein bisschen simpler gestalten. Du konntest quasi, ähm... Du hast auf deinen Namen oben geklickt. Und dann hattest du auf einmal alles da. Also es war, äh... Von deinem Posteingang, weil es gab damals einen Posteingang. Ja, ich sehe gerade hier, das ist meine... Der Kanal-Design im Wandel. Dann haben sie halt wirklich diese ganzen einzelnen Boxen, haben sie alles zusammengeknüppelt. Und glaubt mir, damals waren Leute nicht zufrieden. Also, ohne Scheiß, Leute waren damals absolut nicht zufrieden mit den, äh... Kanal-Design-Änderungen. Das war absolut nicht okay. So, heutzutage, klar, äh... Leute regen sich immer noch über Sachen von YouTube. Vor allem, weil YouTube versucht, Sachen zu fixen, die nicht, äh... gefixt werden müssen. Davon mal abgesehen, ne? Anstatt sich auf Sachen zu konzentrieren, die tatsächlich, äh... mal gefixt werden müssen. Aber ja, ich schwelg in Erinnerung. Und das ist ungesund. Und es ist schon spät. Und ich hab Hunger. Ergo, immer hier Feierabend für heute. Wir sehen uns also dann das nächste Mal. Entweder jetzt am Wochenende, was möglich sein kann, je nachdem, wie viel los ist bei mir. Oder allerspätestens erst nächste Woche Mittwoch wieder. Zu, äh... weiß ich noch nicht. Wir sehen uns also bis dahin. Und see ya, Leute. Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.